Dienstag, Dienstag. Heave ho! Ja, was soll ich sagen? Daniel, das war alles. Das war alles, was ich heute Abend. Wie schaffst du es, die Menschen mit so wenigen Worten so unglaublich heiß zu machen auf eine Sendung wie diese? Ist das jetzt Eddie oder Nils? Die sehen alle gleich aus für mich. Das ist ein rassistischer Witz. Das ist offensichtlich ein rassistischer Witz. Können sie früher tatsächlich nicht auseinanderhalten. Rudi, was ist los mit dir? Ich freu mich auf das Spiel. Schön, dass ihr da seid. Warum stehst du auf und klatscht? Weil ich es immer lustig finde, wenn die Kamerainstellung exakt so ist, wenn man aufsteht und es klatscht, dass genau der Kopf raus ist. Aber Leute wie ich, die über zwei Meter sind, haben sie ständig das Problem. Deswegen finde ich das nicht lustig, weil das mit dem Elend meiner Lebensrealität spielt. Und das ist schlecht. Herzlich willkommen zum Dienstag. Du bist denn du? Wer bist denn du? Das Ding ist ja, Simon ist heute nicht da, deshalb haben wir uns ... Warte mal ganz kurz nochmal deinen Namen nochmal dazu. Bert. 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 Das ist ein Belftag. Okay, ein Belftag. Und wir spielen heute, ähm ... DIVO. Wie? DIVO. DIVO? DIVO. DIVO. Und zwar, das ist noch gar nicht draußen. Wir freuen uns sehr. Die Volvo Digital publisht das Ganze. Ein französisches kleines Team hat das entwickelt. Le Cartel Studio, hab ich grad noch schnell nachgelesen. Und das soll sehr lustig sein. Und ohne zu labern, lass mal gucken, ob's so lustig ist. Rein ins Spiel. Wir haben uns schon Charaktere gemacht. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung von rechts nach links. Ganz rechts bin ich mit, ähm, rot. Dann, äh, kommt, ähm, Budi. Nee, Wirt. Wirt ist grün. Das ist richtig. Nils ist gelb. Ja. Und Budi ist blau. Ja. Und welche Farbe hast du? Ha, 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 ha. Eww. So. Ach ja. Ein kleiner Witz. Und jetzt geht's los. Jetzt kommen wir schon. Juhu. Was muss man denn machen? Ja, ich weiß es nicht. Triggertasten benutzen, um ... Ah, die Triggertasten. Da wird's erklärt, Etienne. La, la, la. Was? Können wir waven? Use the sticks. Und wenn wir alle uns da festgehalten haben, können wir anfangen. Aber der bewegt immer beide Arme gleichzeitig. Naja, wenn du den einen schon festgehalten hast, kannst du den anderen frei bewegen. Ja, das ist korrekt. Und so machen wir es auch. So machen wir es. Und was ist das Ziel? Use the sticks to move. Oh, das tun wir gut. Das tun wir nicht schlecht. Ja. Alter. Ja. Okay. Ah, das ist sowas wie Octodad. Easy, 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 easy. Leute, so wie, so ein bisschen wie, äh, wow, wow, wir brauchen noch. Vielleicht auch ein bisschen ... Wir müssen alle zusammen ankommen. Hello. Nice. Wer ist denn da jetzt der Gelbe schon wieder? Der Gelbe. Wer ist der Gelbe? Ich komm mal nach oben und greif dich. Nein, geh weg. Ich komm alleine. Ja, okay, dann komm alleine. Dann lass mich in Frieden. Dann fass mich die an. Dann geh ich schon mal da rein. Wuhu. Wo müssen wir denn hin? Ja, ins Ziel. Ins Ziel. In das U. Das ist ja easy. Oh, das ist super. Das ist sehr lustig. Das hab ich euch da ein. Na, auf jetzt. Komm, zieht ihn runter. Zieht ihn runter. Ja, ja. Wir haben ihn. 38 Sekunden gedauert. Yeah, ich bin der Jobe. Es ist super. Es ist jetzt schon. Kann man auch sich gegen sein? Oh, was war das? Was war das? Ja, Emojis. Oh ja, wir können. Seid ihr bescheuert? Jetzt hört doch mal auf. Wir sind ein Team. Ja, es ist ein Korpspiel. Ich hab uns. Wie so ein Weberknecht sind wir. Rüber. Ich hab uns. Warte, ich lass. Nein. Wer ist der Grüne? Wir? Komm. Ja, ich komm. Ich mach ne Brücke. Ich mach ne Brücke. Hältst du dich fest da? Rüber. Krabbi rüber. Oh, bitte. Nice. Ich hab eins. Und wir drüber. Nein. Wer ist denn der Rote hier? Der Rote muss mal rüberjummen. Ja. Ja, rüber da. Rüber, 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 rüber. Du musst deine rechte Hand loslassen. Ja. Okay, ich lass mich los. So, ich halt euch. Ich halt euch. Ich lass euch einfach fallen. Nicht ver... Ey, da möchte ich... Oh, das möchte ich Couch on Couch speedrunnen. Ich will das alles spielen. Oh, das ist super. Das Spiel ist super. Neuer Rekord. Wuhu. Das ist mir. Oh Gott. Okay. Na ja, untenrum halt, ne? Untenrum, genau. Untenrum, ja. Los, wer zuerst da ist. Korpsspiel. Untenrum oder außenrum? Lass... Wer ist der dumme Grüne? Ich dachte, du hast dich festgehalten. Du dummer Grüner. Unnützer. Unnützer. Ich mach das ganz alleine. Genau. Super. Lass mich los. Lass mich los. Lass mal los. Ja, lass mal los. Blaue, ich... Wer hält mich denn da fest? Ja. Ja, der gelbe. Gelbe. Lass doch mal links los. Links loslassen. Nein, rechts loslassen. Rechts hält er sich doch oben fest. So. So, ist auch gut. So, ich mach schon. Juhu. Runtergepäunselt. Spratz. Ich glaube, als Team würde es schneller gehen, aber... Nein, warum? Wir hätten uns vielleicht rüberschwingen können. Oh, 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 oh. Alter, Eddie. Ich hab dich. Ja. Oh, Nils. Das wäre geil, wenn man ranzoomen könnte jetzt irgendwie. Ja, hab ich auch gerade überlegt. Vielleicht kann man. Ich wollte den Bulli runterschmeißen. Ich hab mich festzuhalten jetzt. Oh, jetzt lasst ihn. Bitte nicht. Helft ihm. Sonst sind wir hier direkt gefangen. Okay, geschafft. Neuer Rekord, würde ich mal sagen. Ja. Das ist ja super easy. Klepp, klepp. Sehr schön. Oh, warte. Okay, müssen wir zusammenarbeiten? Jetzt müssen wir zusammenarbeiten. Alter, ich hab dich. Wir... Alter. Ich schmink. Ja. Okay, ich lass los. Ich lass los. Ja. Und ich hab nicht fest. Okay, rüber. Oh, festhalten. Okay. Rüber schlumpfen. Okay. Können wir ein bisschen Schwung holen auch. Schwung holen. Und wieder hoch. Oh, warte. Jetzt. Ja. Okay. Und Eddie loslassen. Und... Ja. Und der Dumme... Lass mich bloß nicht los. Warte, warte. Komm. Jetzt loslassen. Wer ist denn der Dumme? Wer ist denn der Dumme? Eddie, die blaue Hand nehmen. Halt doch mal die blaue fest. Ich hab euch. Ich lass los. Was ist jetzt los? Ja, jetzt los. Alter, fucking Weltrekord. Und eine Minute. Das hat noch nie gemeint. Das ist richtig gut. Das ist ja mega easy, das Spiel. Wir haben es einfach auch mega drauf. Man kann sich selbst applaudieren. Das ist schon ganz gut. Wir sind wahrscheinlich jetzt schon die Besten der Welt. Was? Was? Run time? Go to next round. Ja. Okay, jetzt... Was ist die Münze? Was ist die Münze, Leute? Die müssen wir jetzt einsammeln. Ist egal, die nehmen wir jetzt. Die nehmen wir auf jeden Fall. Spider-Wirt macht's. Shit. Ja, warte, nochmal. Blau. Hab ich. Hast du? Ja, ha, ha. Oh, die müssen wir mitschleppen, Alter. Hast du die? Ja. Ich lass los. Ja, ja, lass los. Okay, dann lass mal wieder so eine Kette machen, oder? Ich schmeiß dich da rüber. Seid ihr bereit? Nein! Ach, das gibt's doch nicht. Wer ist denn da so? Was? Äh... Wer ist jetzt der Blaue? Ich bin der Blaue. Ich schmeiß dich da rüber, okay? Ja, okay. Sicher? Aber nicht jetzt. Nein. Okay, grüni, grüni. Grüni, grüni. Nein! Jetzt rüber. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich hab dich. Superlustig. Einfach rüberschmeißen da. Und dann festhalten und dann... Warte. Kette machen. Ja, 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 ja. Jetzt Schwung und dann... Einfach festhalten. Und jetzt der Rode muss sich festhalten. Oh, nicht zu kurz. Warte, wir fangen ihn auf. Oh, das ist ja so gemein. Hab ich. Wir haben ihn. Hab dich. So, ich werf, wer ist rot, Eddie? Ja. Oh. Wir holen dich wieder. Ja, wir haben ihn jetzt. Okay, warte mal. Jetzt mach die mal lang hier. Gelbi, Gelbi, du musst. Du musst ihm einfach jetzt die Hand geben da. Nein, du musst richtig einen Moment loslassen, damit wir den Schwung mitnehmen. Ja, okay, seid ihr soweit? Ja. Dann lass ich jetzt los. Jo. Das war... Warum seid ihr... Das war der falsche Moment, nicht? Ihr habt mich voll gesquirked. Oh nein, die Münze ist noch da. Ja, ich hol die. Neil, komm zu mir hier. Jetzt. Schnappt ihr die Münze. Schnappt ihr die Münze. Okay. Ey! Alter. Halt dich fest. Hab ich. Okay. Jetzt muss es klappen. Ah, okay, jetzt haben wir es. Pass auf, Ed. Jetzt. Okay. Hab euch. Ja. Nicht so viel Schwung. Da oben sind noch die Stacheln. Nur ein bisschen Schwung. Nicht zu viel Schwung. Oh. Okay. Äh, warte, jetzt müssen wir noch rüberkommen. Ja, das ist ja easy jetzt. Ja. Toll. Da kommt... Irgendwas kommt da. Alter, was ist das zur Hölle? Super. Okay. Sehr, sehr gut. Unter 2 Minuten und 8 Sekunden ist absoluter Spitzenwert. Es ist halt wirklich eine Raketenbronne, Alter. Könnte unser Spiel sein. Das könnte wirklich unser Spiel sein. Schnappt ihr? Oder ist das... Ja, hab ich. Das hab ich. Nein, 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 nein. Was? Du Hölle. Was war das denn, Alter? Wie wir einfach alle geplatzt sind. Okay. So. Hihi, ich hab die Münzen. Lass los. Ich bin der Münzenmann. Hier, ich gib sie dir nach oben. Tot. Ah! Ich glaube, wir müssen zusammenarbeiten. Ich bin mir nicht sicher. Team. Was müssen wir? Zusammenarbeiten. Ich hab dich. Ich hab deinen Kopf. Ah, ist nicht gut. Vielleicht wird die Hände... Ah, die Hand ist gut. Okay. Warte. Ah. Kannst du nicht einfach rüberklettern, runterklettern, anstatt dass wir die ganze Zeit... Wir müssen uns, glaube ich, wir müssen das mit Schwung machen. Okay, wir müssen mit... Oh, Gott. Oh, Gott. Nein! Juhu! Der Grün muss mich loslassen, wenn wir schwingen. Oder nicht? Soll ich dich loslassen? Ich weiß nicht. Ich dachte, wir schwingen alle gemeinsam rüber. Yes! Yes! Nein, nicht der Gegner! Aua! Wer ist denn leider so? Ihr könntet mich abholen. Ja, lass mal los da, der Rote loslassen und jetzt schwingen. Oh, gut. Ah, nice. Das ist im richtigen Moment loslassen. Nicht, nicht, nicht! Oh! Schaffen wir es noch? Ja! Alter, Grüni! Ja, ja. Haltet euch an den Händen. Oh, warte. Oh, ist das gut. Ihr müsst dann auch loslassen, ne? Okay, wir springen und rüber. Ey, was ist mit mir? Alter, die Münze. Was war das denn? Das war doch richtig knapp. Ja, aber ohne Vorbahnung. Intuitiv. Mit Gefühl. Komm zu mir. Hier ist die Münze. Holt sie euch. Du könntest doch einfach das greifen. Der Blaue einfach loslassen. Wer ist denn der Blaue? Du musst loslassen. Warum? Du musst loslassen. Der Blaue. Der Blaue, du bist blau. Ich bin grün. Das ist so schlecht. Okay. Jetzt hab ich's. Jeder kann da einzeln drüberschwingen, Leute. Wir brauchen uns nicht zusammen. Alter, alles klar, Eddie. Aufnehmen los. Okay, ich hab jede. Jetzt greifen wir mal seinen... Dann hat er mich gegriffen. So, jetzt Schwung und rüber. Alter, was geht ab? Wo bin ich denn? Ich bin gelandet. Ich nehm mich für Gaupferl, für euch. Hier. Nein! Ich hab die falsche Taste gedrückt. Nimm mich, nimm mich. Ja, man kann da alleine rüber, wenn man super smart ist. Yes, und chill. Ja, gut, dass du jetzt einfach alleine da rüber springst. Ja, mach doch. Ihr habt doch Absicht hochgezogen. Ihr habt mit Absicht hochgezogen. Warte mal, lass dich mal überlegen. Ich lass jetzt los. Ich lass L los. Nein! Alter, du bist ja so doof. Ich sag doch, ich lass jetzt los. Ich hab jetzt für keine Zeit gesagt. Das gibt es nicht. Okay, wir schwingen gemeinsam. Das hab ich noch nie erlebt. Okay, komm. Na? Warte, ich muss jetzt denen die Münze holen. Sehr schön. Ich kann aber nicht festhalten. Du musst an die Münze greifen. Du musst mich mitnehmen. Ich kann doch mit der Münze nicht festhalten. Ja, deswegen muss ich an die Münze greifen. Ja, und noch einen weiter. Genau, und jetzt. Okay, ich schwinge. Ich lass gleich los. Ja, warte. 3, 2, 1. Ja. Okay, ganz cool. Bleibt cool, bleibt cool, bleibt cool. Ja, ja, okay. Ich halt uns, ich halt uns. So, jetzt da festhalten. Ich lass los jetzt. Alles klar. Du lässt los. Und zwar die rechte Taste. Ja. Und jetzt. Wuh, wuh! Okay, warte, warte, warte. Abspringen. Nicht zu viel, nicht zu viel springen. Abspringen, springen, springen. Ja! Ja, boll. 4 Minuten, Alter. Wir haben 4 Minuten dafür gebraucht. Ja, super. Das war aber knapp mit den Stacheln. Alter. Das war knapp. Los, wer am häufigsten als erst am Ziel ist. Rudi, das ist ein Koop-Spiel. Ihr müsst euch direkt festhalten. Wie soll das denn gehen? Wow. Hä? Ich hab doch, ich hab doch die Taste gedrückt. Hier, ich bin schon hier. Ich fang euch auf. Seht ihr, ich kann euch auffangen. Hey, lass mich doch mal, hör auf, mich zu belästigen. Ich muss schwingen, geh weg. Hey, geh doch weg. Ich kann euch... Jawohl. Ich hab dich, ich hab dich. Wer auch immer orange da auch angeglibbert ist. Ich bin das, dann hol dir mal die Münze. Ja, du, nee, ich hab dich doch. Du sollst rechts loslassen. Ich lass los. Ja, ja. Rechts loslassen, ja, genau. Ja, ja, ich will erst mal... Ich hab die Münze. Ein liebes Gesell. Was ist jetzt hier vor? Jetzt muss jemand die Münze greifen. Schwimm ich mal, schwimm ich mal rüber, Rudi. Jetzt muss jemand die Münze greifen. Ich kann ja nicht greifen. Soll ich dich jetzt rüberschwingen? Ja, Eddie. Lass die Münze. Was soll ich denn machen? Nee, nee, du musst die Münze. So, Eddie, Nils, und jetzt. Jetzt greif die Münze. Lass mich doch, greif die Münze. Ich muss nicht, nee, du musst, ich muss dich loslassen. Entschuldige, wir machen das jetzt einfach ohne die. So, tschüss, ich brauch euch nicht, Trottel. Und zwar lass, jetzt los. Nein. Was soll ich denn machen? Wer ist der Grün überhaupt? Ich bin der Grün, aber ich kann nichts greifen, weil ich die Münze hab. Okay, was willst du? Ich halte dich und ich halte uns. Jetzt haben wir es. Eddie, loslassen. Eddie, lass los. Nein, jetzt könnt ihr einfach hochkommen. Jetzt können wir einfach hochziehen. So, da seid ihr doch. Haben wir jetzt hochgekrabbelt. Jawohl. Wir sind reingezogen. Oh, ist das brillant. Die Musik ist auch wunderschön in diesem Spiel. Das schönste Gaming-Soundtrack. Klatsch, klatsch. Das ist super, ey. So, Leute. Wie kommen wir da hoch? Mit dem Schwung, Schwung. Gelb, lass mal los. L, loslassen. Gelb. Und jetzt nach oben. Alle nach oben drücken. Yes. Schön. Warte, ich lass los. Also, Grün kann eigentlich hochklettern. Nee, ich werde festgehalten. So. Nee, wir können doch so weiter. Erst mal die Münze holen, oder? Ja, schwingen. Einer, aber nicht der, der ausmisst, muss die Münze holen. Der Grüne oder ich? Nee. Oh. Halt dich fest, halt dich fest. Halt dich fest. Okay, wir holen. Ja, wie? Äh, Eddie, wir wollen wir nicht holen. Ja, guck mal, das ist total. Niemals warst du denn da. Du hältst dich mit links. Genau, das ist nämlich Quatsch. Jemand hält mich fest. Lass mal los. Niemals war. Yes, jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Und festhalten. Moment, niemand. Eddie kann sich nicht festhalten. Er hat doch die Münze. Der muss. Hält mich fest. Ja, jetzt. Okay, ich lass los. Leute. Ja, warte, Eddie. Eddie, warte, warte, warte. Der Blaue muss die Münze nehmen. Jetzt haben wir es. Nee, nee, ist falsch. Er muss sich an der Münze festhalten. Ist doch gut, ich hab ihn doch an der Hand. Eddie, halt die Münze bloß fest. Jetzt hast du beide Hände. Jetzt ist richtig. Hier loslassen. Was ist los? Und greif rum? Ja, ich lass los. Nein! Nein! Was war das denn? Nein! Oh, nein! Der dümmste Move. Ihr müsst zurückkommen, Leute. Okay, warte mal. Ich... Oh, Gott. Ihr müsst zurück, habt ihr gesagt. Das war der schnellste Weg tatsächlich. So. Alle hoch. Halt dich fest. Yay! Schwung, Schwung. Ich greif ihn mir mit links. Ah, ich komm nicht ganz so an. Ey, wieso greift der denn nicht? Alter, die Musik! Ja, die geht mir auch hart auf den Sack gerade. Ach, das ist L. Jawohl! Falsche Taste gedrückt. So, jetzt muss... Warte mal. Einer muss die nehmen. Komm mal zu mir. Das ist der Typ, der einen Arm frei hat. Ich. So. Du hast auch nicht die Münze. Nein, 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 ich hab noch nicht die Münze. Warte ich. Da... Hatt ich das gerade? Ne, jetzt hab ich deinen Handschuh. Warte. Sag mal her. Hab ich sie? Nein, nein. Nee. Hier baumel... Baumel dich... Lass mal in Ruhe ausbaumeln hier. Komm. So, jetzt kommst nur du zu mir hoch mit dem... Meine rote Hand. Wer? Ja, du mit deiner Münze an meine rote Hand. Ahaha! Oh, was ist das? Ich möchte dran greifen. Hör mal meine rote Hand. Ja, ja, ich hab jetzt was los. Deine rote Hand los. Links. Ja, genau. Und jetzt hoch. Warte, ich dreh links rum. Ja. Okay. Fest, halt fest in der Rote, Eddie. Halt fest. Nicht mich jetzt. Welche? Ja, Mann, Eddie. Blau ist oben festhalten. Lass los wieder. Oben. Jawohl. Jetzt oben festhalten. Nee, nee, nee. Ja. Ja. Und jetzt... Wer ist denn so dumm? Blau, wie ist los? Ich hab nicht los... Du hast losgelassen. Blau muss die Münze greifen. Ja, ja, ja. Ja, das ist fertig. Die Münze. Die Münze. Nein, nein, die Münze ist ja okay. Jetzt los auch. So reicht's. Okay, ich hab... Jetzt lass ich los. Ja, du bist los. Und du musst dann gleich greifen. Schnell, der Pool abgefurzt. Schnell, schneller, schneller. Rüber jetzt. Ja! Nein, hoch. Ja! Ich bin drin. Schnell, weil ich... Weil ich bin vor das Lama-Pupse. Hä, komm, Eddie! Hey, Eddie! Oh Gott, ey. Es hat gereicht. Oh, die Lama-Pupse. Scheiße, ey. Ihr könntet mich auch reinziehen. Oh, ey, das war krass. Hat das schon mal jemand unter 3,36 geschafft? Niemand. Oh, da scrollt das Level. Es ist super, das Spiel. Ups. Oh, wir... Nice. Okay, ich lass los. Oh, oh. Oh, Speedrun. Nee, jetzt noch nicht... Nils loslassen. Nils loslassen, links loslassen. Dann können wir runterschwingen. Genau. Nils halten? Warte, warte, warte. Warte, warte. Nimm mal rüberspringen. Nimm mal ein bisschen Schwung. Wo ist ein Roll? Schwung, 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 schwung. Ich lass los? Ja. Hast du? Ja. Lass da um. Oh, oh, oh. Warum unten? Nochmal, nochmal, nochmal. Warte, warte, nochmal. Ja. Ich lass los? Ja. Oh, da kommen Staffeln. Und rum ist perfekt. Oh, 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 vorsichtig. Warte, 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 nochmal. Ja, sehr gut. Ich lass los? Ja, ich lass schon. Jo. Oh Gott. Super, Leute. Die Maschine. Das ist überragend. Wartet nicht so schnell. Wir wissen nicht, ob das Stacheln kommt. Oh, unten lang, unten lang. Ich lass los. So, jetzt. Warte, warte, warte. Wie machen wir das denn jetzt? Das war jetzt doof. Kann einer die entgegennehmen? Nee, ne? Kannst du? Nee, dann. Hier, ich kann meine linke Hand. Meine linke Hand, siehst du die? Meine linke ist frei? Nee, pass auf. Ich leg das hier hin, das Ding. So, jetzt legst du da. Jetzt greift einer zu. Nee, also. Die kann mit der linken Hand. Nee, kann ich nicht. Die muss man mir in die Hand legen. Du hältst mich an der linken fest. Musst du auch. Okay. Soll ich loslassen? Warte, stopp. Ja, nee, das bringt ja nichts. Ich kann jetzt. Nee, bringt nichts. Ähm, sonst lasst doch der Grüne. Der Grüne lässt jetzt mal den Blauen los. Und dann hältst du dich aber an der Kugel fest. So, ist gut. So, ich hab jetzt und jetzt wieder zurück und jetzt die Münze greift. Jawohl. Ready, Nils? Ja. Ja. Lauber, Jungs. Nein! Das ist nicht euer Ernst. Alter, ich war das. Wir starten hier, wir starten hier, Leute. Ich habe euch einfach eiskalt sterben lassen. Du musst zurückkommen und die Münze holen. Du hast die Münze zerstört. Hol sie, Warte. Bisschen runter, Leute. Oh, das ist scheiße. Leute. Nils? Ja, warte, ich muss noch kurz nachdenken. Ja, ist doch super. Und jetzt kommt Budi und greift die Münze mit der blauen Hand. Hab ich? Ja, perfekt. Okay, ich lass los. Okay. Okay? Ja, ist los. Rechts los ist los. Nee, lass mal los. Blau, lass mal los. Einfach rein schängeln. So, und jetzt lasst ich los, ihr haltet mich aber fest. Ja. Ich hab dich. Okay. Zieh dich rein. Oh Mann, ey, warum hab ich euch den losgelassen, ey? Das wäre auch sehr egal. Peter. Oh, nice. Alter, die Musik, also ehrlich gesagt, nervt sie mich jetzt schon, so lustig ich es finde. Deswegen müssen wir besser werden. Bis zum Schluss war das ja ziemlich geil, ey, eigentlich. Wir waren schon ganz schön gut. Oh, jetzt sehen wir nichts. Ist geil. Oder wenig. Ist geil. Ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Wer ist hier so? Hier unten ist die Münze. Wie ein Gecko. Habt ihr Münze? Jo, ich lass los hier bei mir, Eddy. Ja. Okay. Komm zu euch rüber. Ich lass los. Nils, halt dich bei mir fest. Da oben. Genau. Kommst du oben ran mit deiner linken Hand schon. So, okay, ich lass los. Äh, nee, Eddy muss loslassen, genau. Jetzt, ja. Ey, einer muss da, grün muss da meine blaue Hand. Ich hab gescoutet. Ich hab das Spiel gefunden. Wir warten auf den. Nice. Hab dich, hab dich. Lass los. Hab dich. Ich hab dich. Hab. Fröhn L. Fröhn loslassen. Warte. Hab. Ihr könnt loslassen. Ey. Nein. Die Münze. Why? Oh Mann. Müssten wir die überhaupt mitnehmen? Ich glaube, die ist optional. Wahrscheinlich extra Punkte oder so. Woody, du kannst die nicht alleine mitnehmen. Da kann sie werfen. Ich komm zu dir, Woody. Ja, ich versuch's noch einmal, weil ich glaube, du kannst, wenn du dann, das geht in diesem Level. Vielleicht geht's auch nicht. Ja, ich versuch's noch einmal. Langsamer. Wir bringen uns jetzt um. Nein, wir bringen uns nicht. Um, Woody schafft es auch alle, eine hier rüber zu kommen, noch nicht mit der Münze. So, pass auf. Äh. Ah, fast. Jetzt helft ihm doch mal, sonst wird das hier nix. Ja, der Grüne muss sich da mal oben jetzt festhalten. Ja, mach ich doch. Ich muss nur ein bisschen. Streckt euch. Ja. Ja. Okay. Ich hänge hier irgendwie ein bisschen los. Der Gelbe hängt da so ein bisschen. So, ich lass jetzt mal los. Ja, mach. Ich lass mal hier in den Bottich rein, da kann ich mich besser ausrichten. Okay. Rechts in den Bottich rein. Ich kann nicht weiter drehen. Ich dreh schon. Ich geh doch einfach hier an meine linke Hand. Ja, so. Ein Schwungi. Okay. Was ist los? Grün. Komm nicht ran. Ich muss noch ein bisschen mehr. Warte mal, ich muss erst. Ernsthaft? Das ist so scheiße, ey. Fuck, müssen wir die holen oder nicht? Jetzt können wir sie auch holen. Jetzt können wir sie holen, ja. Ich hab dich, man. Okay, ich mach. Warum? Nee, du musst jetzt. Jetzt, wir, genau. Ich lass los. Ja, hab ich. Top, falsch. Warte, ich komm auf der anderen Seite. Macht ihr schon mal weiter? Okay, ey, ich lass los. Hier, ich reich euch meine Hand. Sorry! Kommt zu mir, Brüder! Ich hab die falsche Taste gedrückt. Okay. Oh, das will ich mal. Das ist ein Hilfstyle, aber das ist nur für Loser. Ein Hilfstyle? Ja, das kommt automatisch, wenn man zu schlecht ist. Ich glaub auch. Oh nein, wie dumm. Hm, 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 hm. Komm, komm! Warum wollt ihr nicht? Lalalalalala, reif. Nein, die Münze! Haben Sie gesehen, wie ich die geworfen habe? Pass auf, ich werf die hoch. Ey, Super Priya, habt ihr gesehen? Hammer! Das geht! Man kann die hochwerfen, das ist ja der Hammer. Na klar, Physik halt, ne? Ja, ich häng dann hier so rum. Eddy, kannst du hochkommen? Ja, wie denn? Ja, nee, so, jetzt hab ich, so. Hier, du lässt los, Eddy nicht. Ich soll loslassen? Wollen wir nicht oben rum? Genau, oben rum, ist auch gut. Ja, dann gehen wir oben rum. Können wir nicht runterfallen. Genau, jetzt Eddy festhalten. Nee! Oh. Ich komme, ich komme. Ich hab euch. Okay. Muss Eddy jetzt los... Nee. Warte. Jetzt Eddy loslassen. Was? Oh, Alter. Sagst du sowas? Warte, wir, wir, hol mal. Hey, treten wir mit der Münze hier hoch. Okay. Okay. So, Eddy, jetzt lass ich los. Und Nils greifen. Oh! Okay, dann zumindest die andere Seite. Warte. Nee, wir sind zu nah dran. Stück hoch einfach. Äh, der... Lass mal kurz. Blau, lass mich mal los. Eddy schwing noch hoch. Soll ich echt? Ja, lass mich los. Ich halt mich ja fest. So, und jetzt schwingen wir uns an den Armen. Wir müssen uns an den Händen fassen. Ja, lass so, lass so. Ich komm. Okay. Jetzt müsste es passen. Halt dich oben fest, wenn du es geschafft hast. Genau, Eddy schwing noch nach oben. Ich lass jetzt links los und greife Nils. Oder smack ihn. Wir haben es eigentlich schon. Hast du mich, Nils? Ja. So, jetzt halt fest. Ich lass jetzt los. Okay? Ja. Lass los. Warte. Okay, wer muss da noch loslassen? Lass mich mal los. So, ich hab uns. Ihr müsst eigentlich nur loslassen. Der Grüne muss loslassen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich wollte einfach auf Nummer sicher gehen, welche Hand es war. Das ist ja ein fantastisches Spiel. Super. Das ist wirklich gut. Die ist ein bisschen zu gut dafür. Mount your friends. Ein bisschen smarter. Da unten ist die Münze. Was nicht so schwer ist. Ist gut, ist gut, ist gut. Die anderen an Eddy runterhangeln. Warte. Eddy, greifst du Nils? Dann kannst du runter. Warte, ich lass kurz los und greif dann wieder. So, lass mich mal los. Lass mich los. Wo bist du? Ja. Hier, holst du? Äh, Moment. Ja, ich hab die. Hast du? Gut. Aber ... Okay, ist gut. Ich lass los. Halt dich fest. Wow. Ein Teil hat überlebt. Halt fest, halt fest. Kannst du da rüberjumpen? Ja, halt doch mal nach oben fest hier, der Grüne. Ja, ich versuch grad, aber ... Lass doch mal los, ich hab dich doch. Warte, okay. Hast du? Ich lass los. Also, man kann auf jeden Fall rüberjumpen, aber wir lassen jetzt die Münze, ne? Oder was? Ich lass los, äh, äh, Wirt? Ja. Ich lebe doch, Leute, ich lebe doch! Guck mal, ich komme aus Abgrund wieder. Jetzt lassen wir die Münze aber liegen, ne? Ist egal jetzt, oder? Ja, kommt her, hier. Dann kommt eh der überhaupt rüber. Nope, nope, wir müssen ihm helfen. Er schafft es. Nice. Schlecht. Schlecht. Kommen wir doch ... Unten ist nur so ein Hebel, oder? Nee, das hab ich schon gecheckt. Das ist, äh, wenn ein Luftballon kommt, dann drückt die sich rein. Ah, okay. Ey, das ist ne Bohne, Alter. Huch. Ey, das wär so geil, wenn das unser Spiel wär, das offizielle Rockteam-Spiel. Da wär ich stolz. Money? Gierig. Du Gierschund. Du Gierschund. Alter, ihr seid alle so Gierschlunde. Wieso denn Gier? Wir arbeiten zusammen. Ja, aber ihr fallt alle runter, weil ihr nur das Gold seht. Wir holen dir das Gold! Ja, meins. So, habt ihr? Ja. Ja. Oh, 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 oh. Was ist los? Wir müssen nach rechts übrigens. Nee, oben lang, oben lang. Oh, oh, oh. Nils muss angedockt werden. Nils muss an den Coin angedockt werden. Nee, so geht's doch auch. Jetzt? Ja. Jetzt oben festhalten. Ja. Vorsicht, das sind Stacheln. Ja. Boah. Wir holen dich wieder. Das ist aber schwierig. Zieh dich rüber direkt. Ich glaub, da müssen wir einzeln durch. Ja, wenn ihr jetzt die Münze loslasst, dann ist es auf jeden Fall gelb. Kommst du da links hoch? Ja, ne? Oder? Von alleine? Ah, hier. Warte, Ed. Hier. Einfach runterlassen. Aha! Ist das lustig. Ja, warte, warte. Nicht schwingen, nicht schwingen. Nee, nee. So, das ist ein Einzelklang, Leute. Pass auf, ich lass mal los. Aber wie soll das mit der Münze? Ich lass mal los. Wir müssen die Münze da durchwerfen. Ja, wenn ich jetzt loslass... Nee, jetzt, äh... Warte, warte, warte. Jetzt machen wir nur mal Wirt. Ich lass mal los? Ja. Oh Gott, ich sterbe. Okay, pass auf, hast du? Nicht heute. Ganz langsam. Ich halte dich fest. No! Die Münze ist kaputt. Komm, Ed, wir holen uns die Münze. Okay, wie, schaffst du? Da ist die Münze. Ich werfe die Münze rüber. Geht, ihr klettert hier rüber? Ich glaub, man kann da einfach hinschwingen. Ich werfe die Münze gleich rüber. Okay? Ich hab die Münze. Ja, du kannst die rüberwerfen. Okay. Hier, meine Hand steckt... Wirf mir die Münze rüber. Ich hab sie dann. Seht ihr meine Hand? Ja. Sofort. So, Nils, bist du bereit? Ja, klar. Aber jetzt hat Wirt meine Hand, deswegen kann ich... Warte. Warte, okay. Ja. Scheiße. Oh, nice, Eddy. Oh, das hochwerfen. Ja, nicht genug Schwung. Scheiße. Könnt ihr die vielleicht... Könnt ihr die vielleicht zu zweit lang machen mit der Münze und uns die so überreichen? Ja, das geht bestimmt. Eddy, greifst du die mit der einen Hand? Jo. Mach ich hier fest, dann sind wir näher dran. So, und jetzt hoch, jetzt hoch. Nicht zwischen euch, das ist... Ja, stimmt natürlich. Der Rode muss schmeißen. Rode kannst du... Ach, Scheiße. Hang around. Scheiße! Ja, toll. Nimmst du sie? Hast du sie? So, ist doch richtig. So, jetzt muss uns der Orangene nehmen. Festhalten, festhalten. Komm nicht rüber. Jetzt, jetzt, jetzt. Halt ihn, halt ihn, halt ihn, halt ihn, so. Warte, warte. Links hoch. Moment, wenn ich jetzt loslasse... Dann knallst du sowas noch gegen die Stacheln. Nee, man kann links hoch, oder? Ja, dann muss... Dann muss... Blau muss schon mal nach oben drücken. Ja, tue ich, ja. Genau. Ja. Okay, Leute, was jetzt? Ganz, äh, sachte, deine rechte Hand runter zu Nils. Meine? Sag den Namen, bitte. Eddie. Ja, die blaue Hand zu mir, genau. Oh Gott. Warte, warte. Aber jetzt. So, jetzt lass ich kurz los, okay? Warte, ich komm ja nicht rum. Kommst du nicht rum mit der rechten? Du musst links loslassen, Nede. Und jetzt? Jetzt, jetzt. Was machen wir beide? Alles gut, alles gut, mein Freund. Äh, du hältst links fest, ne? Ich hab die Münze. Wie durch die beiden Hände dann? Nee, ich hab die Münze. Ich hab rechts fest bei dir. Links ist frei. Jetzt krabsch, krabsch die Münze. Ich hab die Münze. Lass los, die Münze. Lass die Münze los. Ich lass die Münze los. Ich hab die losgelassen. Ich lass sie jetzt los. Die darf aber auch nicht anstacheln, ne? Nee. Nach oben, die darf nicht anstacheln, sonst geht sie kaputt. Ohhhh! Okay, scheit auf die Münze. Scheit auf die Münze. Ja, okay. Okay, lass mal los, Eddie. Auf schon keinen Fall! Nein, du musst hoch. Ach, ich lass los und dann schwingen wir hoch. Hallo. Ich lass los. Jetzt halt du heute fest, grün lässt los. Ja, wir brauchen noch blau noch. Ich lass scheiß auf blau. Ja, okay. Oh, mein ... Scheiße. Blau funktioniert. Was ist das für ein Hebel da unten? Na, da kommen die Luftballons raus, meine Brüdie. I, i, i. Aha. Was ist das für ein Rettungsseil da? Lass mich mal los. Nils. Fuck off. Ach, fick dich. Ah! Vielleicht braucht Udi doch noch unsere Hilfe. Ja komm, wir helfen dir. Ich bin zu ungeduldig gewesen gerade. Udi? Ja? Hier ist deine rettende Hand. Nee, jetzt schaffts alleine. Lean on me, when you're not strong, I'll be your friend. Los. Er benutzt uns noch als Brücke, um rüber zu kommen. Uh, lass dich fallen. Ja, einfach fallen lassen. Okay, ich lass. Ist das rechts? Ja, ist grün, lass los. Oh, Alter. Easy. Mann, 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 easy. Sechs Minuten, Alter, wie krass das eigentlich ist. Boah, mir tun schon die Finger weh vom ... Komm, schnappen wir noch eins. Schweifen, grabben. Wow! Ich bin schon runtergefallen. Ja, geil. Ach, geil. Ey, hier muss es doch auch einen Competition-Modus geben, oder nicht? Das ist super Coop, aber ... Da hinten ist die Münze bei mir. Shit. Oh. Lass mich los, lass mich los! Los. Shit. Willst du es loslassen? Alter, wir schwingen gemeinsam. Ja? Du lässt einfach ... mit einem los. Jetzt. Oh. Wo? Oh. Oh. Okay, Münze, Münze, das schaffen wir aber nicht. Doch. Warte. Okay. Ich brauche hier einen Kumpel irgendwie. Wenn ich alleine treffe, man es nicht. Schaffst du es, die in deine rechte Hand zu bringen? Ich versuch's gerade. Schwing zu mir hoch, dann nehme ich die Münze in die Hand und dann schaffen wir das. Dann lass mal jetzt die linke Hand los, glaube ich. Jetzt müsstest du die genau. Sehr gut. Ne, du hast die nicht. Die hängt gerade zwischen uns. Echt? Okay, dann halt dich fest. Hab ich. Und jetzt greifst du die Münze, genau. Sehr gut. Nils steht oben bereit. Und hoch da, ne? Fuck. Okay. Hab ich. Okay. Nein, das gibt's doch nicht. Komm, jetzt zu mir hoch. Okay. Ja, ich lass los. Ja, blau lässt los. Hab euch. Sehr gut. Richtig im Team zusammengearbeitet. Ja, war richtig, ne? Oh, yeah! Äh, der Rode. Nicht loslassen, Rot. Nice. Voll gut. Stark. Gutes Teamwork. Das war richtig gut. Fix. Das ist super, ey. Super, ey. Los, wettrennen. Wie, ey? Hä? Lass mich doch mal los. Ich find's auch sehr lustig. Nein, 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 nein. Aber man darf nicht den anderen einfach anfassen. Ja, doch, das ist ja grad das Lustige daran. Oh, nee, Eddie, auf jetzt! Wo ist denn überhaupt das Ziel? Ich glaub, das ist da rechts, kann das sein? Scheiße, nein. Ich glaub, das ist ganz oben. Ah, nee, das geht, weil die anderen so langsam sind, Eddie. Wir sind zu schnell für die anderen beiden. Die anderen beiden behindern sich nur gegenseitig. Oh, du Sau! Nein, nein! Oh, Scheiße! Wie's los? Lass mich los! Lass mich los, wenn ich mich richte. Na, komm! Bui! Lass mich los! Lass mich los jetzt! Oh, Shit! Hier oben! Nein! 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 Das bohrst zum Glück hier oben. Das ist sehr lustig. Hey! Oh, komm! Ich, Parasit, häng da einfach. Der Nils, der Nils kann da ganz gemütlich einfach lang spazieren. Alter, lass mich los, Mann! Ey! Okay, so kann man auch klettern. Scheiße! Ey, das ist so Speedrunner. Nein! Nein! Jetzt sind wir wieder zusammen. Jetzt müssen wir zusammenbleiben. Wow! Oh, der war so dumm! Ah! Es gibt Zwischenziele, sehr gut. Soll ich loslassen und wir schwingen uns rüber? Ja. Pass auf! Und... Los! Oh! Nein! Oh! Ich wollte dich nicht machen. Lass los! Du? Nein! Lass los! Warum lässt du denn los? Warum lässt du los? Du warst dran! Ach so! Wo bin ich denn jetzt? Ey, wieso bin ich gestorben? Hä? Wir sind hier oben. Wo bin ich denn? Ach, da! Einmal links rüber. Wollen wir oben rüber? Ey, grün, lässt du mich mal los! Ich will oben rum! Nimm mich mal mit! Ja, geh doch! Nimm mich mal mit! Hol mich mal ab hier! Ja, komm! So! Halt zu! Arich, lass los! Oben lang? Ja! Okay, komm, hoch! Tada! Hoch, hoch! Wir brauchen einen Budi! Budi ist bei der Münze! Ist das kierige Sack? Okay, rüber, rüber! Okay, ich hab dich! Ich hab dich! Ja, rüber! Lass los! Budi! Gieriger Sack, ey! Du schaffst das nicht! Ja, du schaffst das auch noch! Aber du kannst fassen! Das ist mega smart! Das kann nicht runterfallen, so! Das ist super! Danke, Ben! Das dauert ja, Alter, nicht! Budi, Alter, wenn du das schaffst, dann müssen wir jetzt rüber... Weiß ich nicht! Doch, wir müssen ihm helfen jetzt! Ja, ich glaub auch! Das hab ich noch nicht gedacht! Ah! Warte, halt dich fest, Budi! Oh Gott! Rettungskommando, komm! Oh Gott! Ah! Jetzt halt die Münze! Ah! Jetzt mach keinen Quatsch! Mach keinen Quatsch! So, grün! Ab! Was ist los, grün? Hä? Grün muss loslassen! Wer hält der noch fest? Ja, mach jetzt rüber! Das ist gut! Jawohl! Greif die Münze, greif die Münze! Ich versuch's! Kannst du noch ein bisschen... Warte, warte, ich lass los! Er hat sich erst mal an der Wand fest! Kann nicht! Ich hab... Jetzt, jetzt! Ich hab sie! Okay, ich lass los! Nils? Nee, du lässt los, genau! Du musst loslassen, Budi! Yes! Oh! Nice! Oben lang! Oh mein Gott! Okay! Ja! Kommt, Jungs! Ein Schwung noch! Oh Gott! Ich lass los! Ja! Blau muss los! Ja, oder so! Wirst du halten, bitte? Ja! Ich bin nicht die Münze falsch! Ja, das wird es! Ja, ich hab die Münze! Yeah! Yeah! Jawohl! Alter, Budi, ey! Haha! Nice! Fantastisches Spiel! Äh, wir spielen gleich weiter, jetzt machen wir erst mal kurz Werbung! 20 Spiele! Wie heißt das Spiel? Heave Ho! Wie schreibt man das? H-E-A-V-E, äh, Leerstrich, H-O! Ho! Rocket Beans das Spiel! Gleich weiter! Beim Beanstag! Hammer! Hup! 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 Herzlich willkommen zurück! Beans-Tag! Heute spielen wir ... Heave Ho! Rocket Beans das Spiel! Ich möchte euch ganz kurz fragen, habt ihr euch zufällig von der Evo irgendwelche Matches angeguckt? Die jetzt war? Ich hab mir das Finale angeguckt vom FIFA World Cup. Das hab ich hier nicht gesehen. Mit Oba. Äh, ja, Oba war ja schon mal bei uns auf der Gamescom. Der war auch schon hier. Ja, hier auch schon, genau. In der Gaming-Area hab ich gegen 101 gespielt. Und? Und? Nee. Überraschend, oder? Aber es war, glaub ich, nur ... Ich weiß gar nicht mehr, wie's ausging. 3-0 oder so was. Boah, weiß ich nicht. Ja, aber das war sehr spannend. Also, im Halbfinale hat er ... Also, die spielen immer auf zwei Systemen. Erst auf der Konsole des einen, dann auf der Konsole des anderen. Echt? Weil es gibt ja Xbox und Playstation. Und da hat er ja schon 4-1 geführt. Im Hinspiel 4-1 geführt, dann stand's 5-2 im Rückspiel schon. Also, addiert. Und dann hat er in den letzten zwei Minuten oder so, hat er ja noch zwei Tore kassiert. Und das letzte Tor, es gab zwei Minuten Nachspielzeit, und es war schon die 94. Minute oder 93 ... 92,59 oder so. Im letzten Eckball kassiert er den Ausgleich, und dann gab's Elfmeterschießen. Oh, dramatisch, Alter. Und er hat in Elfmeterschießen ins Finale gekommen. Wie viel Preisgeld? 250.000 für den Sieger. Was im Vergleich mit Fortnite lächerlich ist, wo's drei Millionen für den Sieger gibt, glaub ich. Aber das ist mega spannend gewesen. Im Finale hat er den Titelträger, den amtierenden Weltmeister besiegt. Ähm, das war schon sehr beeindruckend. So. Ähm ... Resume. 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 Warte mal. Warte mal, ganz kurz. Oh. Oh, wir sind in der Dschungelwelt. Was ist los? Wird die Musik laufen? Musik. Ja, das ist angenehm, Alter. Vielleicht noch Krogi-Musik. So. Oh, endlich sind wir in der Dschungelwelt. Ey, weiß ich nicht. Haben wir nicht so super dramatische Musik? Dann machen wir die Musik hier ganz aus und setzen einfach ultra dramatische Musik rein. Krogi, geht das? Aber so ist er auch erst mal gut. Geiler Typ! Okay. Äh, warte hier. Schnapp dir die Münze. Ich muss loslassen. So rum. Wow. Alter. Ich kann die Münze greifen. Ich hab ne Hand frei. Ja, geil. Yes. Okay, dann müssen wir jetzt da rüber an die Mini-Plattform. Warte mal. Kann man die überhaupt loslassen? Kann man sich da greifen? Kann man sich nochmal schwingen an das Seil? Der Blaue muss am Seil greifen. Oh, ey. Schnell. Der Blaue ist sehr schlecht. Ey, zu kurz. Abstand der schlechteste der Blaue. Ja. Ich lass los. Ready? Oh, ich glaub wir müssen rüberschwimmen. Halter. Das geschafft, glaube ich. Sprat. Hier, ich bin schon am Seil. Hier. Oh, ich bin direkt vom... Scheiße. Pudi, wie scheiße. Was hast du denn? Grüni. Ja, die Münze. Jetzt, Eddy, die Münze. Eddy, die Münze berühren. Ja, warte, warte. Boah. Nein. So, ich lass los. Warte, wir müssen eh damit nehmen. Ich lass los. Schwung. Loslassen. Boah, ich bin tot, Leute, oder? Ja. Wir nehmen dich dann gleich mit. Sponsor gleich für uns. Hast du? Ja. Okay. Warte. Da komm ich doch ran, wenn wir lang und lang machen. Ey, irgendeiner macht sich nicht richtig lang, glaube ich. Ja, warte doch. Greif doch. Ja. Ja, ist doch super. Nice. Ja, kein Problem. Super easy für uns. Supergeil. Wie unkoordiniert, ey. Einfach so'n Fleischhaufen. Geil, 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 geil. Manchmal einfach loslassen und gucken, wer an wem heilt. Nils, hältst du dich fest? Ja. Wil, kletterst du rüber? Kletter doch rüber. Ameisen machen, das ist übrigens auch so. Ich hab... Nils. Warte, wir müssen die Münze... Der Blaue holt die Münze. Nee. Blaue, ich das falsch. Falsch, nochmal. Schwung. Ich hab das Seil. Ja, hab ich. Wer hat das Seil? Ich hab das Seil in der Hand. Ich hab das Seil in der Hand. Und hoch. Nur loslassen dann. Ja, warte, warte, ich lass gleich los. Ah, wo seid ihr? Zu viele. Warte, warte, warte. Und... Nee, warte mal, wir warten auf die andere Hand. Jemand kann doch kreisen. Alter, Nils. Das ist mal lustig. Jawoll. Jawoll, jawoll, jawoll. Warte, ich lass los. Ich lass... Der Grüne hat das Seil. Ich lass los. Ich hab... Ja. Lass los. PEPPER! Oh! Ich hab die falsche Hand losgelassen. Hihihi. So dumm. Ey, Leute! Oh, seid ihr gemein. Warte, warte, warte. Yes! Warte mal, ich versuch mal irgendwie hier, euch hier, ich schwenge mich hier hin. So, ich bin... Nein, nein! Ach, ich Idiot! Yeah! Yeah! Oh, sehr gut, ey. Ja, Münz ist drin. Ich komm, ich komm, ich komm. Ja, ich... Du warst doch schon da. Ja, ich bin... Ich war ungeduldig. Booty, wieso bist du wieder raus? Haha, scheiße! Tut mir leid. Ja, ich war gierig. Wie kannst du gierig sein, wenn es gar keine Münzen mehr gibt? Nein! Alter! Ey, dafür so ein Time-Trial wär geil. Muss ich, glaub ich, weiter runden. Ja, und weiter unten anfassen. So, Booty. Ja, ich weiß. Greif nach der Hand. Ich darf nicht so gegenseitig sein. Komm, was du hier... ... wird und, äh... ... verlängerst. Alles in die Fresse. Alles in die Fresse. Oh, Alter. Ach, Booty, jetzt ist er bei Alba. Ja, ich versuch's doch jetzt, komm. Jetzt Konzentration. Konzentration. So, schwingen. Einfach gedrückt halt. Wenn du L und R gedrückt hältst, dann irrt. Hä? Lass mal los. So, jetzt komm ich, jetzt komm ich, jetzt komm ich, jetzt komm ich. Wartet, 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 wartet. Seid ihr bereit? Ich komme. Yay! Nice. Sehr, sehr gut. Dankeschön. Hammer! Hammer! Oh! 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 Yes! Ähm... Ja, mach mal den Mocker aus. Mal gucken, fühlt sich gleich ganz anders an. Ich hab's verpönt. Mal gucken, ich hab's verpönt. Ich hab's verpönt. Ich hab's verpönt. Oh, ich hab's verpönt. Ich hab's verpönt. Ähhhm... So, oben. Aha. Reift es? Ja. Wow. Yes. Was ist das? Was ist das? Was? Ein Bonuslevel, glaub ich. A white area with nothing sticking out before time's run is out. A white area with nothing sticking out. Ist das ein Bonuslevel? Ja. Ey, das heißt, wir hätten das die ganze Zeit haben können. Wir haben das Seil nie benutzt. In die white area müssen wir. Toll, der als letztes kommt hat weniger Zeit. Komm, 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 komm. Sieht gut aus. Festhalten. Oder? Nicht bewegen, nicht bewegen. Sieht gut aus. Nothing sticking out. Eddie, deine Hand daheim. Alter, was macht ihr? Yeah. Weiter, weiter, weiter. Grüni, halt fest. Blaui muss noch. Jawohl. Perfekt. Wir müssen gleich noch weiter, ne? Wie jeden Stern. Nils, halt mal rechts, bitte fest gleich. Ja. Ich lass los. Okay. Okay, ich bin dran. Wir müssen echt hoch. Ich lass los. Nee, ich hab's nicht. Jetzt hab ich. Grün, 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 grün. Ich lass los. Grün. Mach ich doch. Hoch. Scheiße. Ey, mach doch. Nein! Oh, oh. Leute. Was war da los? Jetzt werden wir niemals erfahren. Ah, gut, wenn's ein bisschen Reward kommt. Das sieht lustig aus. Weiter geht's. Ah, Alter, da, da! Ja, wir müssen wieder rüber, oder? What? Warte. Ich geh jetzt schon mal rein. So. Hast du mich, oder hab ich dich? Äh, fangst du mal weiter unten an? Ja, jetzt lass dich, dann lass ich mich nicht loslassen. Lass mich nicht loslassen. Ja. Okay. Okay, wir schwingen gemeinsam. Und... Okay. Das war sehr gemeinsam. Oh, was, du hast ihn doch? Ja. Kannst du mir die in die linke Hand geben? Nee, ne? Kann ich ihn zu mir werfen? Soll ich mal ausprobieren? Ich hab's, ich hab's, glaub ich, in der linken, mein ich. Gut, dann... Dann müssen wir mit ganz viel Schwung rüber und eh, du musst uns fangen. Ja, genau. Wir knallen da mal gegen, du musst höher kommen. Der Grüne muss irgendwie beim... Jetzt. Wir machen so rum. Jetzt. Hier, warte mal, ich hab einen Schwung, äh, Nils, komm her. Okay. Ich hab... Ich lass gleich los. Eddy, bist du bereit? Naja, wenn ihr kommt, schon, ja. Ja, Moment. Ahhhh! Ahhhh! Ja! So, jetzt. Das habt ihr denn nicht losgelassen, eigentlich? Und... Aha. Nein, nein, nein. Reicht nicht, ne? Aua, oben rum machen wir jetzt, ja? Ahhhh! Aua! Aua! Ne, geht nicht. Du musst mitlenken, ne? Also rechts rum jetzt. Aua! Nee, doch nicht, das bringt nichts. Jetzt! Warte! Du, du hältst hier fest. Ach, ich halte mich jetzt noch mal fest. Aua! Okay. Lass mal los. Warte, nicht loslassen. Aua! Jawohl! Die lügt! Jawohl! Nils! Loslassen. Sehr gut! Nice! Mit Münzen, Leute. Ja? Aber wofür sind denn die Scheiß-Münzen eigentlich? Ich hab keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, wir können uns dann im Shop neue Skins freischalten oder so. Oder das ist einfach so ein Wiederspielwert, das eine ist halt leichter. Oder Levels. Das geht gar nicht. Glaubst du jetzt keine Hub-Welt, wo man... Oben rum geht nicht, ne? Ich kenn wieder so ein Level, wo man... Wo man so ein Rays machen kann. Aber man muss... Nein! Er hat nicht... Nein! Alter! Warte! Ich hab's überlebt! Ja! Ich lebe! Aber nicht gut! Ich lebe! Wie willst du über den Stachel kommen? Ja, das ist es ja. Naja, du musst wieder schwingen. Ja, vielleicht können wir irgendwie helfen. Du, ich werfe euch die Münze hoch. Hast du eine Münze? Ja. Oh nein! Ich hab hier... Das ist ein Exploit. Warte mal, äh... Wie jetzt? Hier. Warte. Sehr gut. Einfach ein Stück höher dann, ne? Wir müssen... Wir müssen... Ja, schwierig. Wir müssen schwingen, ne? Ja. Achso. Kannst du das Seil noch höher... Alter, war das knapp! Warte da festgehalten. Wie war das? Zu spät geschaltet. Scheiße. Du müsst dann wieder rüber, ne? Ja. Das zweite Seil ist nur für die Münze. Ja, müssen wir jetzt nicht, oder? Ah! Ey, was passiert, wenn man alle Luftballons zündet eigentlich? Ist dann das Level auch geschafft? Also wenn ihr euch jetzt... Ja, wenn wir... Die Münze ist egal. Wir müssen einfach nur alle ins Ziel kommen. Dann wenn alle... Ja, aber du kannst ja den Luftballon zünden, indem du dran ziehst, oder? Nee. Wenn du im Ziel bist, kommt der Luftballon aus. Aha! Sehr gut! Gute Musik! Wie dann eine Faust oder so? Verzweifelt durch die Stacheln... Hast du die Münze? Nein. Noch höher! Äh... Sollen wir die Münze noch versuchen, oder nicht? Wir müssen sie sowieso rüberschwenken. Also... Gut Glück. Warte! Shit! Der hält wen grad fest! Äh, du, oder? Ich hätt ne Hand frei. Lass uns mal... Welcher Stacheln? Ich seh kein... Alter, necke ich. Habe ich? Okay, hältst du mich grad fest, oder? Du hältst das Seil fest. Ich halt, glaube ich. Okay. Oder warte mal, warte mal. Oh... Ja, das bringt nix hoch. Jetzt bist du alleine am Seil und ich alleine am Seil. Lass uns das alleine machen. Und alleine rüberschwingen. Oh, Dreck! Ja, komm. Scheiß auf die, äh, Münze. Bist du grade gestorben? Ja. Jetzt mach mal den Luftballon. Hey! Ah, da ist ja noch eine! Ich fasst aus. Ich töte mich gleich einfach nur, damit ich wieder aus... Ey, der hat mich angekackt! Der hat mich angekackt! Der hat mich angekackt! Das ist das erste Level, das sie nicht schaffen. Seht? Äh, warte. Ah, ja. Ich hab dich getötet, Alter, der hat mich getötet! Nils hat mich getötet! Wie? Ich nehm den Schwung von dem ersten Seil hier. Ah, Leute, ey, ich mach's mir. Ich bunde schon mal ne Familie, ja? Hier, mach. Warte mal, ich versuch's mal als Solo. Ah! Knapp! Hanging around. Do nothing. Hm. Aber fett abschwing. Das ist eigentlich euer Plan. Und abschwing! Yeah! Yeah! Von dem Seil, das ist doch gar nicht so schwer. Und jetzt? Jetzt musst du dich stellen. Shit. Komm, ey. Ja, vor dem anderen Seil. Manche Leute waren ja schon im Ziel, bevor sie umgebracht wurden. War das Mord? Das war der eindeutig Mord. Ey, das Mord ist mit Vorsatz, ne? Oh. Schaffen wir es so ein Zweifel? Ja, klar, im richtigen Moment. Ist doch klar. Oh, der Doofkopf kommt auf der falschen Seite. Ne, doch nicht da, sehr gut. Jetzt haben wir das Seil gerade klauen können. Ähm, mit dem rechten, bestenfalls nach unten halten. Auf der einen Seite wieder runter, wenn du's geprept hättest, wäre das nicht wieder runtergefallen. Hätte ja keine Chance mehr gehabt. Ganz unten anfassen. Ich hab ja nix davor, wenn er's nicht schön ist. Ja, ich weiß, aber das ist der Gedanke, wär ein bisschen lustig. Schwing. Wie geht's? Yeah. Da ist er. Bisschen spät zur Party. Bisschen spät zur Party. Oh, ich hab immer auf den Top. Was war das? Oh, der Chat wirft uns ein paar Fs so. Ist doch nett. Ey, ich seh den Chat gar nicht. Mach den im Chat doch mal. Könnt ihr den hier mal reinlegen? Meine Freunde vom Chat. Wo ist denn hier überhaupt was? Da rechts oben müssen wir hin. Ah, okay. Okay. Oh, nice. Okay, und jetzt? Muss ich jetzt hin? Ey! Ärzt ihr bereit? Jetzt geht's erst weiter. Es geht weiter. Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Ich hab's los. Ich hab's los. Ja, mach's los. Ja. Okay. Ja. Ich hab' dich. Nicht loslassen, ne? Ich hab dich jetzt los. Nice. Lass los. Der Kloppe! Was hat denn das? Wo landst du sie? Oh nein! Sofort festhalten. Ihr müsst einfach gedrückt halten, Leute. Ey, hier ist es wirklich einfacher, wenn ihr es gut macht, oder? Okay. Das bin ich. Du musst lassen. Alter, ich bin dran! Lass doch mal meine linke Hand los. Nein! Nein! Oh, ich hab's nicht! Nice! Ich hab's nicht! Hast du dich? Ja, ja, ja. Ne, du hast dich. Mach weiter, mach weiter. Im Moment ist es hier echt alleine einfacher. Kommt alle! Wirt, was machst du? Ich weiß es nicht! Geh! Geh einfach! Gar nicht! Wieso nicht? Weil ich mein Handyverpreis habe. Ich hab's nicht. Nee! Das ist das? Ja. Der Krogi Krogimeister! Oh, gut, das zu wissen. Was? Super ist das. Lass mich los. Das ist wirklich gut. Nein! Ich fühle mich schon wie das Tier aus. Der Muppet Show. Wie geht's los? Hey, wer hält mich fest? Hört auf, mich festhalten! Wo bin ich? Ja, mach ruhig. Wie gesagt, allein ist gerade leichter. Nein! Oh, scheiße. Nils! Mal los. Du hältst mich fest. Du sollst L loslassen. Okay, hörst du? Ja. Hast du das gesehen, Alter? Lass los. Lass los. Okay, ich lass los. Lass los. Lass los. Lass los. Kannst du nicht? Noch nichts, gerade rüber. Ja, halt dich fest! Ah, schade! Es geht! Okay, ich bin schon drüben. Du musst ihn im Zweifelsfall fangen, Nils. Okay. Tornado! Tornado! Oh! Mit Münze einholen. Jau! Ja, egal. Dann lass mir die Münze jetzt gehen, oder? Hält sie fest? Gut. Oh, boah, jo, boah. Blau, lass mich los. Blau, lass mich los. Du hältst mich. Das ist korrekt. Oh, oh, jetzt? Na, oben an denen, ja. Nein! Lass mich mal los hier, bitte. Wer ist das? Nee, Eddy, ne? Lass mich mal los, ja. Lass mich auch los. Scheiße, ey. Ah, so nicht. Nicht, nicht. Warte, wir müssen einzeln, glaub ich, hier durch. Lass mich mal eben los. Nicht graben, bitte. So. Lass mal den Blauen alleine rüber. Und dann nacheinander. Ja. Grün. Oh, war das knapp, ey. Ich bin so dumm. Ja, ich bin so dumm. Hol die Münze. Was ist links? Was ist rechts? Ey, wollen wir machen? Der Letzte muss immer die Münze holen. Kein Druck, kein Druck. Ja, schon ein bisschen Druck. Ja, schon ein bisschen Druck. Oh, was? Gedrückt, kein Knallfach. Ich weiß es doch nicht. Wer ist da? Wirt mit dem Skill. Nein! Jetzt legst du auch nicht den Chat vor. Wirt ist so dumm. Steh hier. Dieses Spiel von Hausernhaus. Ja. Perfekt. Ja. Nächstes Mal. Ja. Okay, warte, warte. Er ersetzt Simon realitätsgetreu. Nice. Nice. Oh, da ist er, Grüni. Oh, der Grün ist wie so ein etwas weniger talentierter Bruder, der aber trotzdem immer mitspielen muss. Das hätte ich nicht von Wirt erwartet, Gregor Meisen. Oh nein, ey. Der Druck. Wo siehst du das denn? Oh, komm! Der Trepp hier. Es tut mir, oh Gott, es tut mir so leid. Jetzt wird es langsam unangenehm. Jetzt wird es langsam unangenehm. Nein. So. Oh nein, dann darf ich mal mit den coolen Kids spielen. Ey, hast du den schon mal gehört? Wird das heute noch was? Hast du den schon? Nee. Hm. Das ist doch lächerlich. Ich will den Druck nicht erhöhen, wie er, ne? Aber da gucken echt viele Leute zu gerade. Alle Augen sind nur auf dich gerichtet. Ich komm echt schon hart und schwitzt jetzt. Oh Gott. Erinnerst du dich noch an die Schule, wenn du nach vorne musstest, ein Referat? Und das waren maximal ... Wird! Wird! Das waren maximal so vielleicht 50 Augen. Finde deine Technik. Zen. Und jetzt sind das aber ... 1000 Augen. Sehr virtuos. Oh Gott. Ja, Wird, du kannst es schaffen. Wird, einmal tief durchatmen. Lass dich nicht unter Druck setzen. Wäre er doch nur bei Wirtschaftssimulation geblieben. Oh! Das geht, das geht, das geht. Wir können ihn auch abholen. Warte, der holt mich ab. Das wird das nicht. Ich brauch ein Uber. Wenn ich jetzt da reinfalle, Biert. Au, mein Kinn! Au, au! Komme! Komme! Vielfluss immer hängen! Komme! Komme! Hier! Gesichtsausdruck. Ich hab den! Yeah! Dankeschön! Oh Gott! 9 Minuten. Aber unter 10 Minuten ist gut. Oh Gott! Der Druck. Ja, weiter, ne? Ich glaub, wir haben's bald durchgespielt. Die haben nicht damit gerechnet, dass es Leute gibt, die so viel Skill haben. Oh, wir müssen ein Ei befördern. Ja, wir müssen das Ei befördern. Ich habe das Ei. Ich habe das Ei. Ich habe das Ei. Ich bin... Los für das! Alter! Das Ei ist weg! Das Ei ist weg! Springt von alleine? Aber wie... Der Blaue muss das Ei nehmen. Ich habe das Ei. Ich habe das Ei. Oh Gott! Ich habe das Ei. Okay. Okay. Nils muss jetzt das Ei greifen. Warte. Ich lass jetzt er los und dann greift er das Ei. Ja. Und jetzt schwingen wir rüber. Und jetzt lass ich los. Ja, behaltet fest. Ich lass los. Easy. Und eine Minute. Nein! Ob das schon jemand geschafft hat? Wohl kaum. Sehr gut. Warte, ich greif das Ei. Jetzt in das Ei. Ich habe das Ei. Nicht mich. Einer muss loslassen. Ich hab... Okay. Blau, lass los. Und... Grün. Grün muss einfach zu dem richtigen Zeitpunkt loslassen. Ganz entspannt. Nicht zu viel schwingen! Nicht zu viel schwingen! Hab ich geschwungen? Hab ich geschwungen? Ich finde dieses Effekt super, wenn die alle zerspratzen, ey. So, hier, Eddy, lass mal los und nimm mal das Ei. Ich habe eine Handfrage, ich nehme das Ei. Du hast das Ei? Nein, ich hab's noch nicht. Das haben wir noch nicht. Arm! Arm! Okay, du hast das Ei. Nein, nein, nein. Jetzt hab ich das Ei. Okay, ich lass los. Okay, ich hab... Blau, lass los. Ich hab das Seil wieder. Du hast? Ja, warte, warte, ich schnapp mir das Ei. Ja, alles wieder da. Ich hab's. Ich lass los. Ja. Ja. Er ist ganz entspannt. Ich hab echt so viel Luft. Ich mach, ich mach. Ganz easy, ganz easy. Ganz easy. Wenn wir überm Nesten einfach rauslassen. Yes, easy. Und rauf! Nice! Kitz, kitz, kitz! Super! Hau, 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 hau! Hau, hau, hau! Uuuuh! Au! Uh! Au! Uuuuh! Uuuuh! Hab dich weht. Wir brauchen das Ei. Hast du das Ei? Ich hab das Ei. Du musst jetzt Nils an das Ei. Genau. Ja. Ja. Eddie, ich lass los. Ja, drück L los. So. Booty loslassen. Ja. Hast du das? Kann man das greifen? Ja. Jetzt lass los, äh, Eddie, lass los. Ja, das ist natürlich sehr umständlich, egal. Ich lass jetzt los. Oben lang, oben lang wegen dem Stachel. Oje, das ist ein Stachel. Ich hab, Eddie, lass los. Eddie muss loslassen. Nee. Doch. Lass mal los. Okay. Oh, nice. Alter. Ooooooh! Hammer! Richtig gut. Richtig gut. Der ist ein Pro-Gamer in dem Schmack. Ja, glaub ich auch. Wenn wir in Clan dründen. Ja, das bleibt mir nicht dabei. Okay. Oh, wie geht denn das jetzt? Wir haben das Ei weggeprügelt. Schleudern, ey. Okay, ich hab das Ei. Okay, ich bin hier der erste schon mal. Ich hab das Ei. Ja, genau, genau. So ist gut. So ist gut. Oh, das fängt die Kotzen, wirklich. Okay, warte. Eddie muss erst mal ran. Eddie muss noch ran. Okay. Geht das so? Ja, so ist gut. Und jetzt, leider noch nicht. Der Oberste muss gleich loslassen. Ja. Okay, jetzt. Nee, nee, jetzt noch nicht. Wer haut denn da? Jetzt. Nein, jetzt noch nicht. Jetzt. Jetzt. Nein. Erzählst du mir nicht Schwung, Leute? Wieso geht das so nicht? Nochmal. Das Ei. Ach Gott. Brutal, ne? So wird's gehen, ne? Ja, warte hier bitte auf mich. Ja, tu mir her. Jetzt wär's gegangen. Jetzt hatten wir genug. Wer ist der Blaueste? Okay, dann machst du einfach, wie du meinst. Jaaaaaaah. Das hat ein Stück, ey. Ah! Mal. Das Ei? Ja. Okay, perfekt. Perfekt, Alter. Und jetzt direkt loslassen. Alter! Sind wir alle bereit? Ich würd mir das tatsächlich als Poster aufhängen. Nein! Das ist wirklich sehr, sehr schön, wenn diese Sprasser kommt. Ich hab, du musst festhalten. Wofür muss ich loslassen, ey? Okay, warte. Warte, warte. Einfach mal. Nils macht den Schwung, ich lass los. Warte. Nee, warte mal. Kein homogener Schwung, Leute. Besser? Ja. Jetzt nicht. Jetzt. Das Ei, das Ei. Das Ei, das Ei. Ja, ich hab's, komm, perfekt. Alter. Ich hab's losgelassen, reingetroffen. Lass mich nicht los. Yeah, und yeah. Das ist wieder so geil. Hammer. Nice. Klatsch, 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 klatsch. Oh, das Ei, ist schon wieder einfach ausm Nest gefallen. Ich hab das Ei. Ich hab ne Person. Einer muss sich da hochziehen. Ready? Halt fest. Super, super, super. Wir schwingen uns hoch. Ruin hält fest. Ruin muss festhalten. Ruin. Ruin. Ja, ich versuch's auf meine Hand. Die ist mal kreuz, deswegen geht's grad so schlecht. Hast du? Ja. Lass mal eine los. Irgendwas ist da komisch bei dir. Wollen wir eine Drehung machen? Ich glaub, dann geht's besser. Du kannst auch sonst schwingen und Eddie hält fest. Einmal so rüberdrehen. Da haben wir doch das Problem. Du hast doch noch eine rote Hand. Nimm doch die rote. Nimm doch die rote. Weil wir jetzt einfach die rote nehmen können. Ja. Au. Ich lass rechts los und schwing mich. Wirt, ich halt dich fest. Okay. Ins Ende der Kette mit Nils. Ja. Und Nils hoch. Wirt hoch. Drück noch hoch. Drück noch hoch. Ich auch. Eddie, lass mal los. Hä? Wieso? Warum? Nils, warum? Wieso? Wieso sollte Eddie denn loslassen? Nein! Na ja, egal. So. Take the eye. Ich hab das Eye. Nee, du hast schwing mich. Nehm mit der blauen. Jetzt genau, mit dem roten hoch. Lass du los, Eddie. Dann lass mal los. Lass los. Hast du? Ja. Oh shit. Leute. Wirt und Nils. Abrei. So, und jetzt warte mal. Ich lass rechts los und greif Eddie. Dann haben wir alle. Okay? Okay. So, jetzt haben wir Eddie. Du kannst deinen linken loslassen. Wenn du willst. Musst du nicht. Einmal schwingen und dann haben wir's. Das gibt's nicht. Nein, nein, nein. Oh. Wirt, du musst jetzt. Jetzt halten. Warte, warte doch. Mach ich doch auf. Festhalten. Links festhalten. Nicht loslassen. Nein, nein, nein. Ich lass nicht los. Erst ganz, ganz langsam. Ganz langsam. Jetzt kannst du loslassen. Ich schwinge uns rein. Ja. Das ist aufregend, oder? Haben wir ne Werbung übersehen, Regie, oder habt ihr keine eingeblendet? Runtime. Wir sind so gut, ey. Wir kommen hier richtig durch. Oh nein! Wir haben's durchgespielt, oder was? Ernsthaft? Wir haben's durchgespielt? Go back to main menu, steht da. Ja, mal gucken, was wir für die Münzen kriegen. Ja. So, jetzt warte mal. Guck mal hier. Co-operatives. Solo. Machine. Truffees. Was immer das ist. Mach mal The Machine. Was ist The Machine? Elite. Finish a run in Solo-Mode without dying. Dream Team. Das sind einfach nur Achievements. Ja. Was ist The Machine? Da kriegen wir wahrscheinlich neue Kostüme. Use the tokens to unlock new costumes. Ja, okay. Toll. Ist cool. Okay. So, Snowboarder. Ach, schade, dass die hier nicht so einen Hot-Speed-Modus oder sowas haben. Ja, geil. Geil. Oh, geil. Hä? Hier, ähm ... Jetzt kostet's schon viel. Das ist so ein Catroidvania-Game. Ja, aber das ist ja ein bisschen schade jetzt hier, oder was? Aber was wirklich fehlt, ist irgendwie wirklich so ein Wettlauf-Modus, ne? Ja. Können wir mal gucken, vielleicht gibt's ja sowas. Wir können ja Solo machen und auf Zeit machen einfach. Wer dann ... Dann machen wir halt unseren eigenen Hot-Seat. Das fänd ich lustig. Ivaquai. Ey, Grumpy, Alter. Cool, ey. Das ist ein sehr sympathisches Spiel, find ich. Ja. Wir haben's wirklich durchgespielt. Boah, also ... Ich hab noch nie ein Spiel durchgespielt. Ähm, ja, wollen wir noch was anderes spielen? Hier siehst du zumindest die Highscores. Aber warte mal, das hatten wir das hier? Ja. Das hatten wir auch gehabt mit den kleinen Eidechsen. Aber wir können ja noch die ganzen Bonus-Levels hier mal raussuchen. Wo denn? Ja, die an den Seilen hängen. Ja. Aber das ist ja immer nur so mit den Sternen, da gewinnst du auch nur wieder mehr Münzen. Ja, sollen wir noch ein bisschen Solo spielen einfach? Und dann wirklich auf Zeit? Oder nochmal Koop? Hm, ja, oder wir spielen noch was anderes. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Gucken wir noch was anderes da. Ja, bestimmt. Soll ich mal gucken? Ich hab nichts vorbereitet. Ja, sonst lass doch kurz in die Werbung gehen, wenn das mit der Regie in Ordnung ist. Wir gucken mal, was wir noch auf dem Rechner haben und überlegen uns was Feines oder was. Ja? Gut, dann machen wir kurz Werbung. Nils, check mal ab, was hier noch auf dem Laptop ist. Es konnte aber wirklich keiner damit rechnen, dass wir so skillig heute sind. Nee. Also, äh, gleich geht's weiter hier mit dem Beanstag. Beanf-Tag. Guten Abend! Wir sind wieder zurück beim Beanstag. Hier, mit Nils und Eddy auch. Hallo Leute, ich bin Nils und das ist Eddy. Hi, ich bin Eddy. Und wir spielen heut Monaco. Yay! Was ist denn Monaco? Ey, wir haben Heath Hobo gespielt, das hat sehr viel Spaß gemacht. Schade, dass die Level schon vorbei sind. Waren zu gut? Ja, wir waren wirklich zu gut. Ja, wir waren wirklich zu gut. Und jetzt haben wir einfach nochmal in die Liste geguckt und haben ... So, machen wir doch einfach mal hier das Locksmith-Story. Was ist denn jetzt Multiplayer? Und wir machen ... Player ... Alle sind ge ... Ich hab's noch nie gespielt, deswegen muss ich mal gucken, was ich ... Ich nehm ... Der Cleaner. Wir müssen ... Ich bewege mal kurz die Maus da weg. Oh ja. Pickpocket! As a pet monkey that collects Loot, alles klar. Das passt ja wie die Faust. Ich nehm den Cleaner. Also, Nils Escape. Lilla. Dann bin ich die Pätze. Look out. Dann bin ich der Locksmith. Alright, Leute. Okay. Shit, da muss ich die ganze Zeit kommunizieren, ne? Guck mal, ihr seht das, ne? 52 Sekunden is the place to be. Okay. Das ist der All-Time-Record. We am to be deported. We let you fucking use it. Aber wir müssen das lesen. Ja, okay. Das ist der Cleaner mit der größten Sprachrolle. Okay. Ich bin blau. Ich bin rot. Ich bin gelb, logischerweise. Wer hat sich da ne ganzen Loot schon gesammelt? Einfach in die Richtung gedrückt halten. Achso, in die Richtung drücken. Ah, okay. Gibt es irgendwas, wo wir dich schießen können? Okay, damit schleichen wir. Schleichen, Leute. Nichts Schleichen mit LC, ne? Schleichen, Charlie. Schleichen, was? Da müssen alle dazukommen, ne? Tunnel Snakes. Oh, Vorsicht, Feinde. Vorsicht, Laser. Was für ein Laser? Da sind Laserstrahlen. Ah, direkt bei uns. Kommausfall. Umgelegt. Kann man da auch runter gehen? Street Level. Sollen wir uns unten noch... Kann man da hingehen? Sollen wir nicht zurückgehen noch? Will? Okay. So, was? Wohin? Aber das sieht ein bisschen gefährlich aus, ne? Ich glaube, da werden wir aufs Maul kriegen. Wer ist Lila? Lila. Oh, Vorsicht, Gefahr. Oh, nicht da rein. Vorsicht, der kommt in den Busch rein. Ich hab ihn ausgenockt. Sehr gut. Ah, ah, ah. Ist das ein Stimilist, oder? Vorsicht, Vorsicht, da ist ein Guard. Das sieht aber harmlos aus. Ich kann ihn ausknocken. Die sagt, dass man aber schön loopen kann. Hier gibt's Mad Kids. Ah, du hast sie ausgenockt, Alter. Sehr gut. Mad Kids, super. Der wird verfolgt. Ne, das ist immer ein Affe. Wie kriegt man den denn? Ah, okay, er ist wieder wach. Wer hat denn den Mäsel? Ein Affe. Oh, hier, komm. Was ist das für ein Ausrufezeichen? Keine Ahnung. Escapt'n die beiden. Alle drin? Ja, easy, ey. Fast ne Rekord. Ach so. Wie jetzt? Ich hab doch wesentlich mehr gesammelt. Hm, okay. Joa. Ja, wird schwieriger, ne? Schon gut. Haben wir gut gemacht. Hab noch nicht viel zu tun gehabt. Nö. Hier hieß noch mal dieses geile Spiel, wo man diese Laserstrahlen ausweichen musste, was wir neulich im Beanstalk gespielt haben. Wisst ihr noch? Laser League? In dieser Arena. Ja, das war Laser League, stimmt. Laser League, das war auch los. Das können wir auch noch mal spielen. Das hat echt sehr viel Spaß gemacht, ne? Ist das hier drauf? Guck mal. Ja. Ja, das ist so ein bisschen gemütlich. Ja, das... Ich hab glaub ich mehr Bock auf Laser League. Ja, ich gespielt, aber... Das ist auch zum Zugucken glaub ich besser. So, ich geh mal in den Rechner rein hier. Ja, mach mal. Ist ja nicht so schlimm. Guck mal ein bisschen reden. Wie geht's dir, wie ist's? Oh, gut. Und selbst? Oh, gut. Oh, gut. Ja. Können wir schon über The Boys reden oder nicht, ne? Ist das hier bei der Binge? Ist das nicht bei der Binge? Was mach ich denn jetzt? Das ist heute nicht Dienstag. The Boys. Meinst du die Band? Ja. Diese Boy-Band? Ach, das ist hier gar nicht drauf. Laser League von The Boys hat später Ich und Ich, weil das ist der Typ... Wie heißt der noch mal? Heißt es wirklich Laser League? The Lab? Lancelot? Oh, Lancelot ist auch schlimm, ey. Lancelot ist cool. Helder ist ja, haben wir leider nicht drauf. Aber Laser-Gelump ist hier nicht drauf. Aber hieß es wirklich Laser League? Echt nicht, dass ich jetzt irgendwas Falsches gesagt hab. Wie hieß das denn? Es hieß Laser League. Ich seh hier sogar ein Thumbnail mit euch. Ja. Ja, dann ist das hier nicht auf dem Rechner drauf. Ja. Nein! Was ist denn noch? Naja. Sollen wir hier vorne mal anfangen, von vorne? Speedrun. Oh, was ist denn Age of Wonders Planet vor? Age of Wonders mag ich gern. Oh, dann gibt's morgen Let's Play zu. Echt? Ja, Steffen, um 20 Uhr. Cool. Hier etwa auf Rocket Beats? Auf Rocket Beats? Zu den Neuen, oder was? Laser, ganz normal. Seid ihr sicher? Ja, Laser. Age of Wonders ist wie Civilization im Fabelland. Das ist im Prinzip wie Civilization mit ... Doch, da war's doch eben. Meets Mittelerde. Doch, aber warte, pass auf. Wie wär's mit Overcooked? Hier wird auch Worms vorgeschlagen. Kann man natürlich auch mal machen. Worms kann man auch machen. Da hab ich auch mal Bock wieder. Ja, können wir machen. Worms, dann lass noch Worms spielen. Ich hab jetzt grad Lancelot, aber darauf Bock? Nee, das ist ein bisschen lame. Okay. Machen wir Worms an. Worms. Das geht ja fix dann. Worms, WMD. Doch. Lass es schnell installiert werden. Ach, komm. Let's do this. Alter, Worms hab ich ewig nicht ... Das habt ihr auch schon mal gezockt, ne? Worms? Doch, ja, komm. Da hast du doch mitgespielt. Nee, da war ich nicht dabei. Ach, come on. Worms war ich nicht dabei. Nee, nee. Hm. Sehr gut. Ich hab ehrlich gesagt ... Ich sag euch mal was, Leute. Nee. Ich hab mal wieder Bock auf einen Ego-Shooter. Auf den richtigen, was? Ich will mal wieder was ballern. Irgendwie zum Ballern. Irgendwie kompetitiv oder so. Hier, was wir beim Beef gespielt haben hier. Das alte Call of Duty zum Beispiel. Das hat immer sehr viel Spaß gemacht, ja. Irgendwie. Es muss da nichts Neues um uns. Es muss auch nicht um PUBG oder Fortnite sein. Es kann irgendwas Älteres sein oder so. Ich hätt mal wieder Bock auf irgendwas geiles. Co-op. Ja. Oder auch mal 2 und 2 oder Team Deathmatch oder Capture the Flag oder irgendwie. Oh, hier TTT war lustig. Ja, Trouble in Terrorist Town. Trouble in Terrorist Town. Das war lustig. Ja, aber es war ein Metagame. Das war super lustig. Oder mal wieder dieses Geile mit dem ... Wo einen Schurke die anderen umbringen will. The Ship? Ah, Dead by Daylight. Dead by Daylight. Sowas war auch lustig. So asymmetrischer Multiplayer. Ja, das war nämlich sehr gruselig. Hunt Showdown. Das haben, glaub ich, Kiara und Denzel-Leute. Ja, aber das ist schon wieder so ... Ein richtiger Shooter. Einfach abballern und Frags und so, weißt du? Abballern und Frags! Frags! Classic Multiplayer. Frags! Frags! Do you wanna frag? Ich könnte mich aber auch mal wieder an eine PUBG-Session. Ganz ehrlich. Wenn ich die Musik höre oder so. Ja. Hätt ich auch mal wieder. Er weiß noch, das eine Mal ist wir zu vierten Chicken Dinner an. Nee. Ich auch nicht. Ey, die beste Folge war, als wir so'n Scammer drin hatten, der mit dem Jeep uns verfolgt hat. Wisst ihr das noch? Ja, der geflogen ist. Ja, und der hat's dann nochmal geholfen. Yes! Alter, ich kann dich wirklich ... Das war so lustig. Der uns sogar freund geworden ist und dann uns in der Herd muss oben ist. Ich kann's nicht. Irgendeiner von euch muss ... Ey, die Musik ... Wenn ich heut noch ... Wenn ich an der Uni wäre, würde ich mir die reinziehen von der Klausur. Scheiße, würde ich so die Tür auftreten zum Hörsaal. Was geht jetzt, wenn ihr einfach mal ne geile Note geschrieben oder was? Hey! Darf ich mal ganz kurz die Geschichte zu dem Thumbnail da ... Können wir das Thumbnail zeigen? Machen wir Hotseat? Das kann ich denn nicht auswählen. Ich kann nicht auswählen. Das Thumbnail da vorne von Spieler 1, ne? Das war sehr lustig, weil ich wollte Eddie ärgern. Und dann hab ich gegoogelt nach Schmock. Und ich dachte, ich nehm ... Und das gehoffte, ein Foto von mir zu finden. Nein, du hattest ein falsches Profilbild auf Steam. Und dann wollte ich dir ein neues machen und hab einfach Schmock gesucht. Aus einem Impuls heraus, weil du immer Schmock sagst. Das ist ein Wort von dir. Das ist das erste Bild. Und der Typ ist original. Er ist Schmock oder was? Ja! Und der heißt Schmock. Und der sieht auch wirklich ein bisschen aus wie du. Mit der Cabio und der Brille. Scheiße, sieht auch aus wie ich. Aber ich hab nach dir gegoogelt. Und das ist jetzt Schmock. Und das ist jetzt dein Profilbild. Also ich bin jetzt ... Der heißt wirklich Schmock, der Typ. Das ist sein Name. Ja, ich weiß. Du versuchst es mir als Kompliment zu verkaufen. Nein, das ist kein Kompliment. Das ist eine Beleidigung. Könntest du jetzt mal hier endlich so auswählen, dass ich auch mitspielen kann? Ja, wir müssen ... Ich bin jetzt mit einem Controller. Was? Nein. Was? Sollen wir ESL spielen? Hä? Spielen doch nicht mit einem Controller, oder? Ach, Hot Seat. Ja, das ist Hot Seat. Was ist denn Hot Seat? Was redet ihr? Ja, aber wer ist denn ... Blau, grün, rot ... Aber nicht die ESL-Regeln. Das sind auch E-Sports-Regeln mit voll kurzer Zugzeitung. Aber wir können die gleichen Farben nehmen, die wir jetzt von Hivo vorhin hatten. Ja, die rot, jetzt gelb. Gudi blau, nicht grün. Jetzt spielen wir mit einem Pet. Okay, ich bin gelb, ja? Okay. Ja, so wie vorhin. Ja, weil die Reihenfolge ist ja zufällig, deswegen müssen wir nur jetzt gucken, dass jeder seine Farbe hat. Okay, welcher Knopf was springen? Das weiß ich nicht mehr. Okay. Es geht darum, dass man mir hilft, zu überleben. Okay. Okay. Moment, mach ... Rot. Rot. Was muss ich machen? Vorbereiten zum Feuern? Toll. Äh ... Äh ... Überforderung! Überforderung! Das ist ja eine Minute. Wo war ... ähm ... Rechnest du, kannst du die Map dir angucken? Äh, wie mach ich denn hier? Rechter, linker ... Ah! Was? Reingegangen, okay. Okay. War das rechter Trigger, oder was? Das war A. Okay, A ist gelb drin. Ich mach den Fehler, damit ihr's nicht müsst. Blau. Schmock ist dran. Blau. Schmock ist dran, ja. Kann aber nicht noch die Figuren ändern? Mhm. Ja, bevor du sie bewegst, kann sie sie, glaub ich, ändern. Ich weiß nicht, welche Tasse ... Nee, nee, nee. Du kannst immer nur die Figur spielen, die ausgewählt wird für dich. Okay. Das ist ja das ... Wie öffnet man das Menü? Seil, 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 B, Seil ... B? Was? Über B? Nee, offensichtlich. Jetzt macht der hier wieder so ein Pseudo-Move. Alter, was ist das denn? What the fuck? Mit ... Mit nem ... Nee. Ja, aber doch nicht mich jetzt, Boogie! Ja, doch. Wen denn sonst? Das ist korrekt. Ey, was bist du denn eigentlich für ein Arschloch? Ja, aber das muss er jetzt machen. Ja. Ey, Boogie jetzt mal ernsthaft, was soll das? Oh ... Ahahahahaha! Ahahahahahahaha! Ahahahahaha! You're going down, bitch! Das ist ein Nachspiel. Alter, der kriegt den Dragon Punch. Wieso bist du so gut eigentlich? Scheiße, man! Wieso bin ich letzter? Ahahahah! Nein! Nein! Das geschieht dir recht für diese ... Das ist ein Fahrzeug, ne? ... Hinterhältigkeit. Ey, du kannst ... ähm ... Wie jetzt? Den da unten mit dem Kaktus auf dem Kopf. Den kannst du platten machen. Den blauen, ne? Nein, den da unten. Mit dem Kaktus. Ja, den kannst du von über die Klippe schießen. Das ist meine. Megan! Du hast nur ... du fehlst eine Sekunde Zeit. Come on! Wie macht ihr den Fallschirm? Auswählen und dann ... Oh ... Alter. Was kann der denn? Jetzt kannst du den blauen richtig darunter treten. Dann ist der immer tot. X ist ... X ist hauen oder irgendwas. Och, komm! Nochmal! Nochmal! Du hast noch mehr Power! Kannst du mal hauen! Ne, ich hab nur einen ... Ja, hau doch den gelben dann! Ne, ich hab nur eine Bewegung. Der ist mega freundlich und sympathisch. Okay, wie habt ihr das gemacht mit dem ... B, kannst du dein Waffenmenü aufmachen. Alter, Flammenwerfer! Er spawnt auch einen Flammenwerfer. Ja, halt echt, ey! Einfach echt! Kann man den bewegen, den Flammenwerfer? Ne. Sieht stationär aus. Aber hat der ... Also, was ... Wie kann ich denn ... Wir gotta keep moving! So, okay. Wind mit einberechnen, sonst ... Ach scheiße, ich zieh auf mich selbst gleich, ne? Ich will's ausprobieren. Wie schieß ich noch mal? X. Ich probier's einfach aus. Boah! Geh mal runter! Man sieht doch nicht, was du machst. Du hast den blauen ... Du hast ihn original ... Ja! Weil ich super bin in Worms! Das ist scheiße! Uh! Wer hat First Kill? So, gib mir den ganz rechts, bitte. Wer hat jetzt First Kill? Ich bin noch dran! Nein. Ne? Jetzt ist rot drin. Oh, das wär ein Glück. Ja. Wer ist blau? Äh, ich bin blau. Alles klar. Okay, lass mich kurz überlegen. Lass mich kurz überlegen. Menü. Wo ist Fallschirm? Ja. Jawohl! 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 Oh, den kannst du ... Oh, Shouyuken! Entschuldigung, wie hast du's jetzt noch mal gemacht mit dem ... Moment. Nein, lass mich. Wo ist der Dragon Punch? Da, neben dem Baseballschläger. Ah! Links, ja, genau. Oh, ihr Fucker, ey. Ai, 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 ja! Ha, 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 ha! Platsch! Ha, 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 ha! Muhu, ha, ha, ha! Hör damit, hör damit jetzt! Hör damit! Hör damit! Scheiße, ey. Scheiße. So, was rechts nicht gelingt, gelingt links. Oh, und da ist auch ... Schmock ist wieder dran. Den hol ich ... Was? Oh, das ist schlecht. Was? Was macht Schmock? Ich hätte vielleicht ruhig sein. Oh? Nein. Er baut eh Scheiße. Er baut Scheiße. Kann viel Mist machen, ne? Ja, genau! Ninja Rope. Oh, Spitze, ist die tödlich? Oh! Nee, Spitze ist nicht. Nur Deko. Entschuldigung, wie hast du's jetzt noch mal mit dem Fallschirm gemacht? Auswählen. Auswählen und dann ... Im richtigen Moment dann X bringen. Ach, mit X muss ich aber ... Manuell auslösen. Oh, ich kann's nicht mehr! Oh, ich hab's mal manuell gemacht. Bei mir ist ja automatisch. Udi, nur noch 30 Sekunden. Du musst langsam mal da ... Oh nein. Ja, wird knapp. Schafft er das noch? Uh! Schwierig! Die große Auswahl, die ich gleich habe. Wen werde ich als erstes ins Wasser befördern? Udi, nimm die Bazooka und Baller noch um! Vielleicht fällt er von der Spitze. Nimm die Bazooka! Schnell noch, die Bazooka trifft ja nicht. Passiert nix. Ärgerlich. Sch ... Falscher Winkel! Scha-ha-ha-ha-ha! Hey, hör doch mal auf, all auf Blau zu gehen! Würde ich mal vorschlagen. Du ist angefangen mit dem Krieg! William M. Schmauer! Alter, jetzt ist es immer gut. Oh ja, hier ist die längste Sakrete! Ey, du könntest rechts hochgehen, Wirt! Es geht schon wieder los, das Monitorieren, ey. Äh, Nils, ey. Und, äh, versuchen, also, das ist jetzt Quatsch. Das ist unmöglich, weil wegen des, ähm, Born-in-House-Effekts, äh, besagt, dass das nicht funktioniert. Oh, Dragon Punch, all in. Ja, es geht nicht, ich bin leider zu ... Ach, komm. Nils, ey, das darf nicht wahr sein. Ist das der Born-in-House-Effekt? Ich hab's euch doch gesagt. Haus an Haus hat mich schwach gemacht. Ich hab's gebrochen, oder? Gib mir sofort mein Pad, hab ich auch mal irgendwie spielen. Wer ist denn jetzt dran? Ach, ihr Tasty Schmasty. Dann geh mal raus aus dem Gerät. Wie viel Schaden macht Dynamit? 50, meine ich, ne, oder? Hä, wieso? Alter, wie, was macht er da? Ey, ich will mal gucken. Kann ich ihn zweimal hauen? Äh, nein. So. Wie hau ich das mit X? Ja. What? Alter. Der Spiel ist nicht zum ersten Mal. Alter, oh, das ist knapp. Kann ich dich noch mal hauen? Alter Schwede. Auch nur 50 Schaden gemacht. Oh, hier soll irgendwas sein? Oh, shit, du musst schärben. Scheiße, ey. Kann ich mich nicht mehr bewegen, ne? Welcome to the cheese house. Ah, scheiße. Wegen des Arbeitsvertrags. Ja, unter anderem. Shouyuken oder Baseball? Das ist die Frage. Oh, Baseball hab ich gefehlt. Ja, Baseball ist, glaub ich, nur mal sicher. Bei Shouyuken geht er so um Wurmen. Beteilige mich nicht daran, wenn es da umgeht, andere Leute zu ermorden. Ah, da Eddie, ey. Hast du da beide platt gemacht? Ne, der eine lebt nur. I have that big cheese around here. Wo ist er denn? Ich glaub, Budi hat noch zwei Wurmer, ne? Trink gar nicht mehr. Mein Revenge für die... Das ist dein letzter Wurm. Nein, oder? Doch. Sonst würden die auch woanders hin wechseln. Das ist schon der letzte. Oh. Oh. Das ist natürlich... Jetzt muss das mit dem Seil auch klappen, ne? Sonst wird's halt echt... Jetzt jump ich da vielleicht auch noch mal runter, ey. Scheiße. Gleich beim ersten Mal. Der wird in die Schnauze halten, Eddie. Aber ich glaub, deiner liegt ganz gut. Das wird schwierig, ne? Schlägt rüber. Aber der hat ja auch nur noch 50. Könnt' ich auch nur mal safe machen, aber macht der nicht. Oh, es war knapp. Oh, scheiße, ey. Oh, Mann, ey. Echt, haben wir nur zwei Würmer, oder was? Drei. Stimmt, sie warst mir schon... Ach, Mann. Da haben wir schon zwei getötet von mir. Das Fahrzeug bringt mir gar nichts, ne? Was bringt mir das? Eigentlich waren es ja das. Einzimmer, ein Boot oder ein Boot. Das ist ja geil. Damit kannst du ins Wasser, wie jetzt. Ja, aber hier ist der... Alter, Nils, ey, du bist so ein Schwein, ne? Aber vielleicht kann man wirklich damit ins Wasser holen. Ja, ich mein, das ist ein Boot, ey. Ja, das ist ein Boot. Ja, das ist nicht für unmöglich. Das ist ein Boot, Mann. Ja, das ist ein Rettungsring dabei. Das ist ein Boot. Ey, probier es mal. One for the team. Vielleicht denkst du noch mal 20 Sekunden drüber nach. Okay, aber du machst einfach gar nichts. Ich hab keine. Was ist denn aufgesammelt? Hä? Ich kann sie auch nicht aktivieren. Was ist dein Plan? Sieben, sechs, fünf, Alter. Vier, drei. Alter. Habe ich direkt mit dem... Schönes Held rein, ey. Eigentlich sollte er ihn treffen. Und damit er auf die Mine kommt. Oh, gut. Na ja. Das halte ich jetzt aber für... Gucken wir mal, jetzt nicht unverschämt werden. Was, da sind ja noch Würmer? Ja, Alter. Ach komm, ich wusste gar nicht, dass die dort sind. Äh, wo, wie kann... Oh, shit. Was ist denn das da? Wie spring ich noch mal? Äh, blau, ne? Äh, äh, da? Genau, zweimal drücken ist, äh... Ach, da komm ich ja gar nicht hoch. Kannst du höher, aber wenn du zweimal drückst, kannst du höher springen. Aber ich weiß nicht, ob du da bist. Das ist verwirrend, dass man nicht weiß, wo hier... Geht vorwärts jetzt auch? Da komm ich ja gar nicht hoch, oder? Kannst du das mal ausprobieren? Doch. Sieht so aus. Schwierig. Was willst du denn da oben? Weil er Sicherheit bringt. Er ist doch schon in Sicherheit. Das ist doch sein anderer Kollege. Jetzt kann er von da ballern, ey. 25. Wie steht das? Ah, ey, nee, das bringt mir gar nichts. Wo ist Lenkrakete? Ganz rechts, aber hast du noch nicht freigeschaltet. Doch, zwei Runden. Bunkerbombe. Kann ich irgendwo eine Lenkrakete machen? Jetpack. Ah, shit, das ist Quatsch. Ich kann nichts machen. Ja, das bringt nichts. Kannst dich ja freischaufeln, oder so. Ja, ich wollte dich da wegbumsen, aber... Toll, ey. Nicht. Hm. Was ist das neben dem Jetpack nochmal? Teleporter. 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 Weil dann kannst du... Weil dann kannst du... Natürlich bist du vor ihm dran. Also ich würde da zum Halfpack, ne? Ne. Ich würde da an seiner Stelle... Da ist gut. Vielleicht das Boot vielleicht. Oder halt einfach ganz links. Wenn ich einen Move mehr hab. Und dann... So geht das nicht. Alter! Äh, X. Ich ja? Ja. Oder? Boah, das war knapp, ey. Boah, das war knapp, ey. Boah, das war knapp, ey. Ja, ja, wie soll ich sagen. Da ist ein Racecar. So ein ambitionierter Versuch. Wenn die Zeit hängt, musst du ein bisschen auf die Zeit achten, natürlich, ne? Damit ist alles. Ich wusste, dass ich so sein Ninja-Seil triggern kann. Alter, kann es sein, dass die Steuerung total dumm ist von dem Seil? Ja, ich hab's irgendwann... Es gab Zeit, nee, Alter, ich kann nix machen. Ich kann nix machen! Mann, ich hab nur noch einen, Alter. Ey, pff... Portick weg, Mann! Der baut sich zu! Boah, das ist aber jetzt... ganz schön. Da komm ich durch. Wir finden nur nen Weg. Trink nix. Ne, was, Alter? Fick dich, ey! Mann! Ich hab nur noch einen Wurm! Hm? Boah, ey! Was geht ab, Chat? Was geht ab, Chat? Sag mal was, macht mal ein bisschen Lärm. Make some noise! Make some noise! Who is fucking tonight? Who is fucking tonight? Sehr gut! Nein, nein! Was macht er? Was macht er? Alter, hat die nen Wumms. Now I'm really cheesed off. Aber was war der Plan? Ja, ich... Da war doch ein Wurm. Wow! Echt? Wessen? Jedes Wurm. Gleich zu Anfang reingefallen. Da ist er doch. Achso. Ich hab ihn schon ein bisschen angeknuspert für dich. Alter, Nils hat auch noch so Glück mit den scheiß Healthpacks. Jaa. Ja gut, den hab ich ja gar nicht gebraucht. Ey, ist es nicht wirklich Zeit für nen Bündnis? Jaa, doch. Gegen die gelbe Gefahr? Jaa, jaa. Aber wir haben uns halt jetzt verhakt ineinander, Budi. Naja, aber man muss ja irgendwann sein Stolz irgendwie... Du hast schon zwei Würmer von mir gekillt. Ich bin derjenige, der cool ist. Ich bin derjenige, der gesagt... Ja, aber du hättest es ja auch gemacht. Geh nicht den Racheweg. Du hättest es ja auch gemacht. Vengeance is only for vengeance. Aua. Jaa. Au! Bumm, ey. Der Rode. Der Rode! Da ist ja noch einer. Meine Herren, ey. Nächste Woche auf PUBG. Wieso denn hier alle? Warum muss einer... Äh, Freitags freue ich mich voll auf Mario Maker. Mario Maker, genau. Das ist Mario Maker. Da hab ich Bock drauf. Mario! Schickt uns... Mario! ...Levels. Levels Forum. Suchen wir dann schön einige raus. Gut, gut. Das war ja ein Heckradreden. Das ist eine Situation, in der du dich in finden willst. Oh. Nein, du siehst die nicht. Das ist nur ein Kackdus. Time for a good grilling. Boah, ey, ob du das schaffst. Ja, mit dem... Oh, viel zu viel Wind, viel zu viel Wind. Mit dem Wind? Nee. Hast du Kraft kannst du schon? Glaube ich nicht. Du musst nur über die eine Spitze kommen. Das schafft doch. Die Kraft darf voll gegen. Siehst du? Jawooooooool! Alter! Alter! Du fasst doch gegen das Explosiv-Fass. Ja, aber es fasst. Wer hat das explodiert? Der explodiert nur, wenn... Explodiert nur, wenn... Äh... Äh... ...ich vorhin eine Explosion war. nicht. Irgendwie. Hoodie. Mein kleiner Wurm. Alter, das ist ja so frech. Was willst du machen? Eppern. Das, das, das. Ja, ey. Ich will ein bisschen länger im Spiel bleiben. Ich hab keine Lust jetzt schon drauf zu gehen. Aber wenn du nichts machst, dann bist du ja auch nicht im Spiel. Jetzt biebt er sich weg. Das Wasser. Nein, nicht dazwischen. 20 Sekunden hab ich noch. Komm mal nicht zu mir. Den find ich als Aggression. Oh, we got lucky there. Alter, wie du einfach immer direkt drüber bürst. Okay. Ich würde es nicht machen. Erst mal die Kiste mitnehmen. Oh, Bombenteppich. Och, das ist doch Quatsch. Das weißt du doch selbst. Okay. Wir smash. Oh, nein. Schnell weg. Schade, dass du so gemein zu mir gewesen bist. Bin ich das? Nein. Oh, dann will er wieder zu den Feuern. Mhm. Der Winkel ist sogar noch eingestellt. Jawohl. Hey, bist du in dem Ding geschützt, oder was? Vermutlich. Das hab ich natürlich gewusst. Och, come on, ernsthaft? Nein. Nein, 96 Schaden, ey. Was geht jetzt, irgendwas? Ja, ich wollte gerade sagen. Das Ding explodiert. Der ist doch schön mal hinüber, der Kollege. Alter. Alle gegen Nils? Warum? Das ist generell die Regel. Wir kommen beim Dienstag. Warum sagt mir das keiner vorher? Das spürst du doch. Ja, ich merke schon. Das ist ja gut jetzt hier. Ich hab verstanden. Ich habe verstanden. Jetzt benutzt doch mal eine deiner Raketen gegen Nils. Was wollen wir uns jetzt hier jetzt? Alter, warum diese Intrige? Du hast gerade, bist fast genauso gut wie ich. Äh, fast. Nee. Hast du jetzt einen Homie mal verloren? Ich bin fast so gut wie Edel. Aber dass du dich direkt da jetzt anschließt, das hätte ich nicht von dir erwartet. Krieg verändert. Lass dich nicht für unsichern. Du hast ein Holy. Ich habe immer so viel von dir gehalten. Jetzt auf einmal! Ja, wirklich. Ich dich unterstützt habe, als du vorhin so gestruggelt hast bei dem anderen Spiel. Äh, schönen Luft an den Griff. Ich gesagt habe, ey, Leute, der Wirt ist nicht so schlecht. Boah, ist kein Wind. Fuck. Boah, scheiße. Ha! Ja, und dann vor deiner Nase. Boah, hast du Glück. Schade, dass du mich getötet hast. Ganz gezielter Drohnenanschlag hier auf mich. Schade. Hallo auf Wirt. Sagt niemand. Wo ist der Raketenanschlag? Den habe ich mit der Kranade. Wirt? Sei nicht die Soufflöse des Todes. Ich bin bescheuert, wo bin ich denn jetzt? Der Grüne da, der wartet doch nur drauf. Der Gelb. Ich habe auch mein Tilgung verloren. Guck dir den mal. Ja, aber das ist doch für den Luftstack auch egal, wo der Kranade ist. Ja, Robin Hood da. Bittst du ernsthaft? Jetzt auch ein Luftstack auf den armen kleinen Mann dort. Du hast den Wind nicht mit einberechtigt. Oh Gott. Oh, mein Flötengericht. Halt er den, komm mal noch. Huh. Schade. Nein. Ich hätte euch Freunde sagen können. Das war der Flammenwerfer, der explodiert ist. Nice. Da kommt ein Panzer? Da kommt ein Panzer. Hey, du musst die Ninja-Rope. Oh, Ninja, ey. Nein. Nein. Go, Ninja, go, Ninja, go. Ei, 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 ei. Das Gefühl, ich stehe hier im Fokus der Aggression. Oh Gott. Bouncy. Ja. Ich verstehe das Problem gerade mit Ninja-Rope bei dir. Seid ihr alle unfähig, oder was? Langlatten. Ja. Alter. Jetzt. Ey. Ja, deswegen habe ich es auch gelassen. Ey, nee. Das geht gar nicht. Da würde ich mich jetzt an deiner Stelle lieber einbohren. Ernsthaft? Ich glaube, er überlebt. Ich lebe. Das ist das Wichtigste für mich. You need to be in a survival frame of mind. Oh. Shoot. Oh, oh. Booty, ist das dein Ende? Oh nein, das ist ein Witz. Ich wusste, oh nein, ich Idiot. Ich habe den vergessen, dass der Original da ist. Oh nein. Ich glaube, du bist blödfähig. Deswegen. Oh nein. Komm, bitte. Lass ihn da einfach nicht durchkommen. Lass ihn da einfach nicht durchkommen. Schau auf. Bitte schon. Nein. 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 Nein, nein, nein. Nils. Bleibt er hängen. Wo ist das? Ninja Rope? Wo ist das? Links unten. Ganz unten links. Muss das reichen? Er hat ja noch eine gute Zeit, ne? Ah, fuck, ey. 20 Sekunden. Naja, das schaffe ich nicht. Okay. Warte mal, das muss ich anders machen. Wie kann ich denn? Habe ich eine Lenkreihe? Irgendeinen Luftschlag? Habe ich einen Luftschlag? Ja, der rote, rote unter der Mine. Das? Ja. Und wo kommt der? Von der falschen Seite. 2, 1. Ah, scheiße. Oh, ja. Knapp. Alter, ey. Alter, ey, ich hab das mal verpeilt. Das war knapp, Nils, ey. Ja, ich kam nicht da hoch, ey. Sonst wärst du tot gewesen. Was bist du denn hier? Ja, das ist ein bisschen... Hä? Ein Problem. Ich darf ihn da, ey. Ich glaube, dass der Luftschlag von der... Weil der von links kommt, der wäre wahrscheinlich da gegen den Oktopus geknallt. Der Pfeil zeigt dir die Flugschlag an und ich weiß nicht, ob man den nicht verändern konnte. Ach, echt? Meine ich schon, aber ich weiß auch nicht wie. Schön. Danke, Buster. Krieg jetzt den nächsten Luftschlag? Ja, das Ding bohrt sich jetzt da rein. Alter, Alter, war das knapp. Du weißt, Daniel, ganz kurz, mein anderer Schlumpf steht da auch noch, ne? Ja, ich weiß. Wenn du den jetzt da hingehst, dann komm ich natürlich in der nächsten Runde mit meinem und dann bist du hinüber. Vielleicht gehst du woanders hin. Budi, er ist eben schon zu dir gekommen. Willst du, dass er mit zwei zu dir kommt? Vielleicht fängt er mit einem anderen Wurm an. Oder du nimmst den grünen, dann hast du ne Chance zu überleben. Bei dir ist es immer der gleiche Wurm, der zu dir kommt. Die rollt da nicht runter, die rollt da nicht runter, Budi. Budi, nimm doch den grünen. Bei ihm müssen die Würmer rotieren. Da rechts fiel der grünen an der Klippe, den musst du nur runterstoßen. Der ist viel sicherer, das ist ne sichere Nummer. Nein, das ist selbst schmort. Nein, das Ding rollt nicht weiter. Oh, nee. Alter. Scheiße, das ist doch ein Fleeck. Einfach mal das ganze Gebäude weg. Ah, nein! Den hättest du platt machen können, der wär tot gewesen. Aber nein! So, jetzt wollen wir wissen, ob es schwimmt. Jetzt, come on. Ich will gucken, was das Ding verschießen kann. Das kann, glaube ich, nur durch die Wände bohren. Soll ich mal, soll ich mal hier, lieber Faith? Ab ins Wasser, lieber Faith. One for the team. Hauptsache, du nimmst jemanden mit von dem Bösen. Nachher. Der sieht böse aus. Ein Schurke! Jetzt macht doch mal was! Mhm. Muss schon wieder das Ninja sein. Ihr könnt es doch nicht benutzen. Wir sind alle viel zu schlecht. 20 Sekunden. Ich bin fertig. Ich glaube, nur mal sicher. Wie viele von den Dingern hast du denn? Unendlich. Echt? Unendlich? Nein. Drei. Also, jetzt noch zwei. Nein. Nein! Oh, nein! Nein, das hat nicht bereicht. Oh, dieser Nils! Das darf nicht wahr sein, Alter! Dieser Nils! Der Nils! Oh, jetzt noch ein Heli! Direkt neben ihn! Mit Gatling Gun übrigens! Der McTasty hier! Der Blaue steht uns gut, ne? Okay, alles klar. Warte, wo bist du denn? Wo ist denn der Typ? Wo stehst du denn da hinten? Ah, du bist auch wieder vor mir dran. Das ist doch auch völliger Quatsch. Du musst jetzt Budi? Da oben. Ach, shit. Pass auf, man ist so. Was ist die Lenkrakete? Das, ne? Ganz um die, rechts um die blaue. Das, ne? Ja, hey. Scheiße. Reicht das? Du musst erst das Ziel werden visieren, ne? Ach so. Boah, das ist dein Tod. Oh, man ist knapp! Aber perfekt, fuck, ey. Ja, was ist das? Alter, ey. Bitter. Nee. Das ist Barbecue. Nee. Och. Och, zwei Punkte, ey. Scheiße. Hier ist ja vorne. Was war das? Jetzt, ich glaube, jetzt kommt es. Das Wasser kommt hoch. By the way, ne? Guck mal aufs Punkte-Tableau. Rot führt vor Grün und der arme Gelbe ist Dritter. Nur mal irgendwie kurz, ne? Er bringt sich um, er bringt sich um. Alter, das ist ein Verwitz. Fuck it, man. Yeah, Baby! Oh, ich dachte, das war Wasser. Alter, ehrlich, was geht ab mit dir? Alter, ehrlich, mach den Wort. Fuck, mach den Wort. Fucking A-Team, Alter. Ey! Nimm mal die anderen, nimm mal die anderen! Ich will, dass du sterben stehst! Ja, ich will, dass du bist. Auf Wiedersehen! Yes! Sehr, sehr gut! Super! Das ist so scheiße. Play of the game. Ich bin dumm, der überlebt auch noch. Das war so gierig. Mit Hunderten. Einfach ins Wasser. Du Fischer und jetzt sind wir tot. Das war die allerlei Restrektion, Alter. Ich fass es nicht. Das ist ja grandios, Alter. Das gibt es doch nicht. Ach, fantastisch. Das war so cool. Jetpack, Rennwagen, Hubschrauber und dann Selbstmord. Das gibt es doch nicht. Wie dumm war das denn, ey? Rudi, der Grüne, den musst du nur runterstoßen. Was machst du da mit mir? Den brauchst du nur mit der Feuerfaust und der ist tot. Die Banane. Und ich bin danach mit dem gar nicht dran. Der war eben schon. Und danach kannst du ins Fahrzeug noch gehen. Ja, aber das ist mega dumm, auf mich zu gehen. Weil dann ist der andere links dann eben dran. Ein Safe-Kill. Du hast einen Safe-Kill vor der Nase. Das ist ja noch der Edith. Ja, guck mal, das ist ein Safe-Kill. Der fällt ins Wasser, wenn du ihn triffst. Ernsthaft, Rudi? Aber schaff ich aus der Perspektive nicht. Mhm. Ja. Ey, das nimm ich jetzt nicht persönlich, wenn du den Safe-Kill liegen lässt. Du nimmst sowieso alles persönlich, Nils. Das stimmt ja nicht. Persönlich. Nur die Persönlichkeit. Was machst du mal Spiele? Ach komm, jetzt mach ich so persönlich. Das ist doch ne Frecke. Ja. Ja. Also, falschen Knopf. Er drückt den falschen Knopf. Rudi. Ernsthaft? For fuck's sake. Kannst du jetzt mal was machen? Das ist zu gefährlich noch. Nicht genug Schwung. Ah! Das ist kacken Arsch! So was Dummes würde ich niemals machen. Oh Mann, ey. Ist so dumm. Oh Gott. Oh, es war so dumm. Ja, wie du auch wieder vor mir dran bist, ne? Wie der sich nicht wehren kann. Seit zehn Runden wird er totgeschossen und er kann sich nicht wehren. Ich geh auf Nummer sicher. Ich geh auf Nummer sicher. Der arme Arme Wurm. Endlich. Er war tapfer. Er wurde zu Marien beschossen. Oh shit, der muss weg. Ja. So. Vielleicht dort. Boah, der Panzer, ey. Ja, da ist ne Mine. Wo ist Budi? Da oben. Unter dir. Nee, doch. Hä? Nee, da oben in dem Kreis. Direkt über dir. Bunkerbrecher über dir. Ja, Budi, da kannst du jetzt gleich abstauben. Aber mir ist es egal. Ich spiel nicht wie ein Loser. Ich spiel wie ein Champion. Ich spiel wie ein. Die Feuerfaust hab ich ewig, oder? Ja. Ja. Meint ihr, das klappt? Ja, ne? Ja. Tschüss. Ich hab's verknappt, ey. Du wolltest doch rüber. Das ist so close. Geh doch rein. Man wird sich an den Wurm erinnern. So, wir haben alle außer Nils nur noch einen Wurm. Verdammt. Was war das? Was? Errtigung. Fuck, du kannst die Sachen craften. Okay, das ist nämlich zu kompliziert. Nichts Dummes machen. Geh hoch. Nichts Dummes machen, hab ich gesagt. Nichts. Dummes. Was machen! Wir haben fast noch im Wasser gefallen. Ja, damit schnell. Sehr lustig. Ei, ei, ei. Yes, Sir. Yes, Sir. I can boogie. Und die Banane. Ja, Banane könnte gut sein gegen dich. Das ist nicht eine Situation, die du dich in finden willst. Uli? Was machst du da? Warum? So sieht man ja gar nichts. Zoom doch mal ran. Äh, wie kann ich noch mal ran zoomen? Hast du denn rausgezogen? Ich weiß es. Das sieht so aus, als ob ich wüsste, was ich hier tue in diesem Spiel. Was? Oh, schon wieder so eine lame-ass Attacke, ey. Wirklich unfassbar lame, Uli. Oh, der hat aber Glück gehabt, dass er überlebt hat. Und kriegt zum Dank auch so einen... Was klingt der denn? Okay. Wohin, Jesus? Ich glaub, mit dem Ding kann man aus... Kann man damit aus... Wurmauswahl stand da, ja. Wurmauswahl, ja. Das ist ganz schön mächtig eigentlich. Ich hab keine Würmer mehr. Ja. Das heißt, man kann sich dann entscheiden, wer die Runde spielt, oder was? Ja. Ich glaub, jeder hat sogar einen da vorne am Anfang. Ernsthaft? Ja, er hat jetzt zwei, deshalb würd ich mal... Higher ground, higher ground. Ah. Ja, willst du also eine Airstrike? Ja, geh doch in den Panzer, Alter. Nee, da ist ne Miene. Nee, da ist ne Miene. Geht doch in den Hubschrauber, da ist ne Kiste sogar. Ja. Warum kann ich nicht hinfahren? Nee, mach einfach nichts. Ach, ich drück die ganze Zeit. Mach den eh nicht. Die ganze Zeit, ah. Alter, war das knapp. Achso, gib mir das. Achso. Wo ist Budi? Shoot, ey. Wo ist Budi? Ja, rechts über dir. Rechts, rechts, da oben in dieser Lücke. Ja, okay. Aber du bist aber auf der anderen Seite. Ja, okay. I see. Wo ist Teleport? Rechts, unten im Knopf. Ja, unten im Knopf. Das? Ja. Kannst aber nichts mehr machen danach, ne? Ja. Im Jetpack hingegen? Ja, stimmt. Das hatte ich vergessen. Ja, das Jetpack hatte ich vergessen, dass ich das auch noch habe. Ja, die hole ich mir die Kiste. Alter, das ist knapp. Ja, Leute. Nichts wie weg hier. Scheiße, wo ist denn mal ein guter Ort? Ja. Alles super gefährlich mittlerweile hier. Hallo Eddy. Ich hab doch Zeit. Mhm. Bleib auf deiner Insel. Habe ich den Luftschlagen? Ja. Du bist nicht die Ruhe. Na, du bist nicht die Ruhe. Nö, 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 nö. Warte dir die Ruhe. Über die Ruhe. Das ist nicht die Ruhe. Du bist nicht die Ruhe. Nö, 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 nö. Ach, fuck off, echt. Nimm Fallschirm. Der Typ ist seit einer Stunde da oben in dieser Kuh, hat noch nicht eine geile Aktion gebracht. Ey, die war geil. Er macht sich Superwurm. Er macht sich Superwurm, dann hat er 150. Eieiei. Alter Schwede, Superwurm. Was macht der denn noch? Und er kann sogar noch angreifen. Er könnte zum Beispiel schießen mit irgendwas. Eine Granate oder so. Immer mit der Ruhe, immer mit der Ruhe. Zehn, neun, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei. Alter, das war... Was war das für eine Bombe jetzt? Das war der Bunkerbrecher. Der Bunkerbrecher. Der Bunkerbrecher. Ja, die macht nicht so viel Schaden. Aber der Hubschrauber ist im Arsch auch. Das heißt, du kommst nicht mit dem Hubschrauber da weg. Aber theoretisch kannst du doch trotzdem den Panzer benutzen. Ich glaube nicht, dass der das triggert, wenn du gleich wegfährst. Ja, ich will... get to the chopper. Chopper? Ja, der geht nicht. Was? Das würde ich jetzt... Was machst du denn jetzt vorher? Ich verlasse die Insel. Ich weiß es nicht. Du hast noch ein bisschen... Alter, wir... Valkyrenrind, jetzt! Äh, 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 äh... Äh, 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 äh... Nies links, ach, schieß, schieß, schieß doch. Da kommst du durch. Okay. Rudi, warum bist du intrigant? Lauf, Mama's dann! Fast heruntergerutscht hier. Ja, und was passt jetzt davon? Diese zwei nebeneinander. Das heißt, ich bin sowohl abgelenkt, als auch ich hab den Erstplatzierten genervt. Das ist super smart gewesen. Alter, direkt vor dir schon wieder ein Healthpack. Ich hab jetzt schon verloren. Ich glaub, du kannst schwimmen mit dem Ding. Wie kann ich wechseln? Du kannst doch schwimmen. Ja, aber ... Äh, da unten ist Wechselzeichen. So. Aber du kannst doch schwimmen! Ja, jetzt wär's nämlich nicht so schlecht zu wissen, ob du mit dem Ding schwimmen kannst. Wie kann ich denn jetzt Wurm wechseln? Keine Ahnung. Was ist das? Und vielleicht musst du aus dem Wagen raus? Das wär natürlich ne Möglichkeit. Mit X wahrscheinlich. Du musst erst mal mit Y aussteigen. Ernsthaft? Oh nee, das ist ja scheiße. Och, das ist doch kacke. Kannst du damit nicht irgendwie ... Du kannst das Ding halt ... Kannst du da nicht durch Wände bohren? Ja, ja. Alter! Alter, das ist lächerlich! Nein, nein, nein. Du kannst sie töten! Genutzt die Banane. Genutzt doch raussteigen. Genutzt die Banane. Alter ... Nein, nein, nein. Wie geht das mit der Banane? Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Ich habe keine Zeit mehr. Was? Ich konnte nichts mehr machen? Keine Zeit vorbei, Alter. Warum? War das knapp, Alter? Alter, Budi, du lamey, ey. Wie ich lamey, Alter. Schnauze. Ich glaube, jede gewinnt. Jetzt bin ich komplett tot. Dieser Move hat mich getötet. Das ist ein leckerer Wurmschleck. Oh, das war's! GG! Wurmschreck? GG! Nee, oder? Es gab Bungie-Salz. Ja, es gab Bungie-Salz. Aber das hieß Bungie-Salz. Am nicht längerem Wurmschreck. Eine längere Akade, oder was? Ist aus dem Wagen ausgestiegen. Oh, das wär geil. Wenn er dahinten aufm Helikopter erstürzt zu Nils und dann explodiert. Klar schaffst du das! Do it! Wo bist du denn, Booter? Booty? Ich bin, ey, ich bin gar nicht im Gebäude. Ich bin schon lange raus. Schon lange tot. Nein, das ist nicht Booty! Oh, boy. Alter, das wär, das wär Iron Man Schuss. Er schießt sich selbst ab! Das wär aber auch lustig gewesen. Das wär sehr lustig gewesen hier schnell. Das war jetzt nicht du, oder? Geil wie ich das vom inneren Auge... Ah, ist so dumm, ey. Schöne Homo-Mischl-Ver... Äh, Shotgun da... Oh ja, Shotgun da... Oh ja, Shotgun da... Kannst du dich einfach durchfahren mit dem Bohrboot durch den Durchfahr... Ah, geht. Der hat 150, der Booty. Alle auf Booty. Das will die Herzeiten, wo alle noch einen haben. Ich schick alle meine Würmer los! Was machst du denn jetzt, Booty? Du bist ein fucking Jackpack! Kann ich nicht mehr. Lass es doch! Schnauze, Eddie! Halt doch einfach das Maul, Alter! Halt doch einfach das Maul, Alter! Halt doch das Maul, du machst nur Scheiße! Nix, Bullshit! Du führst... Scheiße! Es klappt auch noch! Ich würde doch einfach das Boot da einsteigen. Ne, ne, kann ich halt nicht. Aber was... Wasser wird ihn schlucken. Bleib doch einfach oben dann! Warum kannst du nicht da einsteigen? Da kommt doch Wasser hoch. Aber nicht so... Oh... Noch höher. Die letzte Kugel für dich. Die letzte Kugel für dich. Ne. Ja. Du wirst... Nice! Ich würde echt auf die Anrinsen gehen an der Stelle. Weil... Ja, da bist du tot als nächstes. Das ist 50-50 Chance, dass wir trotzdem Mist bauen. Ich würde es jetzt ihm... Wie mach man da nicht? Das stimmt! Wie assig! Erst das... Was hast du vor? Es war schön mit euch. Mit dem Stupsfinger. Nein, ich geh auf Nummer sicher. Ach, aber wenn dann mit Style. Going in Style. Ah! Oh! Das wäre so schön gewesen! Ah! Da ist er raus! Das wäre schön gewesen! Iiiiih! Das kann weg! Das ist ja... Ich geh auf Nummer sicher. Ich dachte, er hat seinen Kopf ein Visier! Bei Wei! Du hast nichts mehr. Brauchst du jetzt einfach nur zu. Geht das? Brauchst du mich jetzt zu? Geht das aus der Entfernung? Wo ist er denn? Ich bin rechts hinter dieser Wand da. Wie sieht man das denn? Hier? Rechts drüber, da bin ich ja. Wie kann man sich das denn anzeigen lassen? Das ist ja dumm. Muss man sich doch irgendwie anzeigen lassen können. Guck mal, das kann man größer machen. Ja schade, ich kann halt nicht sehen, wo du bist. Wie du einfach den Weg absperren willst, ey. Ja, beschützt mich. Alter. Ey, das ist ja super dumm. Man muss doch irgendwie da die, äh, das Interieur... Oh, oh, oh. Jetzt musst du da, aber darfst du nicht runterfallen, ey. Scheiße, ich wollte den schönen Roben, ja. Scheiße, ich wollte den schönen Roben, ne? Du hast Jetpack noch. Oh nein! Nein! So scheiße! Zu Rocket Man! Oh nein! Oh Mann ey! Wie kacke war das denn ey? Oh fuck off! Das war ja das aller allerfünste! Scheiße! Jawol! Vierte! Baller durch! Das wie ich ne glaube ich. Wieso nicht. Du kannst das Spiel besiedeln! Ey, ich hab keine Ahnung was ich mach n realized! Alter du machst dich doch 활동! Scheiße! Warum! Ich wollte eigentlich springen. Alter, wie jetzt? Du kannst dich wenigstens bewegen. Kannst du dich noch? Hau doch einfach ab. Das macht mich wahnsinnig. Nein! Oh Gott. Er hat aber keine Luftangriffe mehr. Er hat wirklich keine Luftangriffe mehr. Ja, er muss ja nur zu dir hochkommen. Dann kann er dich ins Wasser spritzen. Los, ein Hinterrope. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit dem Jetpack. Das war spannend, ey. Komm, 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 komm! Was? Bleib doch stehen, Junge. Das war's. Oh, fuck. Wenn du es die Banane... Du, 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 du. Shit! Oh, shit, ey. Oh. Ich kann es nicht glauben, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben in Worms gewonnen. Du hast wirklich gewonnen? Oh, shit, ey. So nehm ich! Ja. Tja. Da hat der Schmock wohl gewonnen. Aber guck mal, was habe ich für einen Preis? Ich habe die meisten Kills. Oberwurm. Ich bin Oberwurm. Und 451 an... Okay, ich bin Oberwurm. Fahrzeugbesatzer. Fantastisch. Leute, ich mag Worms. Gut. Also, der einzige, der hier keine Award bekommen hat, ist ja der Blaue. Wer ist nochmal der Blaue? Udi. Mit Abstand der schlechtesten Worms. Das war mal dafür die geilste Aktion mit dem... Jetblock. Das war schon sehr, sehr geil. Ich weiß nicht, ob ich die besser fand oder die von dir. Mit dem Hubschrauber war schon ähnlich. Mit dem Kontext vor allen Dingen noch. Vorher mit Jetpack, Rennwagen, Hubschrauber. Geballert. Und alle einfach im Wasser gepackt. Das war das Dümmste. Okay, Leute. Das war's mit dem Beanstag. Wir haben schon überzogen. Alle wollen nach Hause, alle wollen ins Bett. Außer uns. Wir machen noch weiter. Ein kleiner Scherz. Ist doch noch gar nicht so spät. Ein guter Scherz. Am Ende dieses Scherzes sind alle enttäuscht, dass er nicht stattfindet. Ähm, das war's. Tschüss. Vielen Dank, Jet, fürs Einspringen. Das war's vom Beanstag. Spaß gemacht. Bin ich wieder dabei. Tschüss, alle. Auf jetzt. Tschüss. Tschüss. Tschüss.